Ja, wie sieht's aus? Wollen wir reingehen in Season 2, oder was? Ja, ich mach die Musik aus. Ja, Musik hab ich schon aus. Wo ist der Kellerhelm, Junge? Der kommt vielleicht noch. Soll ich mir vom Kollegen ein 3D drucken lassen? Ja, bitte. So, Sekunde, warte, 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 warte. Irgendwas ist anders. So umgezogen? Zack. Irgendwas ist anders, sagt er. Ob ich umgezogen bin, sagt er. Herzlich willkommen zur Folge Hardcast nach der, was war das jetzt eigentlich? Winterpause, Sommerpause? Staffelpause. Staffelende Pause, genau. Staffelende Pause war das ja. Genau, genau. Ich hab, ich weiß nicht, das ist, ja, ich hab mein... Du sitzt woanders, hab schon gesehen. Ich sitz woanders. Ich hab mein... Also jetzt gucken wir hier auf den Balkon. Ja. Und wir gucken auf das Regal, auf das wir vorher von da geguckt haben. Ja, ja. So, deshalb kannst du jetzt hier auf noch so ein paar Sachen, die noch nicht an der Wand sind, schauen, ja. Und in der anderen Kamera könnte man jetzt auf die Regale schauen. Also es ist ein bisschen ungeräumt. Ich brauch das ab und zu. Ich weiß, das ist unnötig. Aber ich fühl mich so viel wohler. Und man kann sich jetzt von hinten an mich anschleichen und mich richtig erschrecken. Das ist bisher vielleicht nur einmal passiert. Ja, geil. Ist doch gut. Wenn du dich so besser fühlst, ist doch tippitoppi. Ja. So sieht's aus. Hallo, wie geht es Ihnen? Sie mussten gerade noch duschen. Was war der Anlass? Ja, ich hatte eigentlich so, dachte ich, rein zeitrechnerisch bin ich zehn vor sechs fertig, bin noch ein Rennen gefahren. Und ich war eben gerade wirklich so durchgeschwitzt im T-Shirt, dass hier unten und hier alles nass war. Und ich hab wirklich sehr gestunken. Und ich wollte zwei Stunden nicht so sitzen. Deswegen bin ich gerade wie ein Weltmeister fix unter die Dusche, hab das alles abgewaschen, damit ich nicht zwei Stunden in dem Sud sitze. Weil es war alles nass. Ja, das verstehe ich sehr gut. Nee, mach dir keine Gedanken. Das ist alles gut. Wir müssen nicht immer genau um diese Uhrzeit, dass das geht. Da geh ich gar nicht von aus. Außer ich hab's mal sehr eilig, dann sage ich, ich hab's heute mal sehr eilig. So zwei Minuten vorher. Sorry, aber ich hab's echt sehr eilig. Ja, sowas in der Richtung. Soll ich dir was verraten? Siehst du dieses Kabel an meinen Kopfhörern? Mhm. Ja, ich hab die Audio-Chain nach Empfehlung eines gewissen Herrn Bullrocks umgebaut. Ja. Ich geh jetzt, ich geh direkt hart rein. Ich nehm keine Rücksicht, kein Geplänkel, kein gar nichts. Geh hart, komm, wir haben zwei Wochen uns nicht gesehen. Geh hart rein. Game-PC hat als Audio-Ausgabe-Quelle, also als Audio-Ausgabegerät, die Capture-Card. Also es gibt das, also das ist meine Sound-Card, die gibt's sozusagen nicht. Also es gibt, die Spiele, das System soll alles auf der Capture-Card ausgeben. Also über HDMI. Ich weiß, ich weiß, Delay und so, ne, ist bisher noch nicht aufgetreten. Und in dem Stream-PC, der Stream-PC sagt, hey, dieses Eingabe-Ding ist ja wie so ein Mikrofon, ne? Also diese Eingabe-Quelle, die bitte gibst du auch nochmal zusätzlich abhörtechnisch auf dem USB-Headset aus. Und ich schwöre dir, so ähnlich hab ich das vor ein paar Jahren schon mal gemacht und ich hatte das Delay des Todes. Das war damals eher so ne Sache, hier, also auf dem Game-PC schnippst es. Und dann ungefähr ne Sekunde später kam das dann auf meinem Wireless-Kopfhörer an. Und jetzt ist das Delay spürbar, aber super gering. Also recht klein. Ich probier das jetzt mal ein paar Tage aus. Heute ist der erste Tag. Und ich weiß, was du jetzt sagen wirst, die Audio-Chain ist nicht gut, sehr störungsanfällig, ja. Und wir können alles dabei haben, aber ich probier's jetzt einfach mal aus. Ich habe durch den Hardcast gelernt, nicht mehr zu urteilen. Soll jeder machen, was er möchte. Das hast du vorher auch... Okay, vielleicht hast du's vorher, ja. Ne, vorher hab ich das nicht getan. Vorher hab ich mir immer gedacht, was für Idioten. Jetzt sag ich mir, ey, mach, was ihr wollt. Wenn das für euch cool ist und für euch funktioniert, dann bitte. Ist nicht mein Ding. Also... Und wenn du Wireless gerne brauchst, dann... Ja, zumindest probier ich das jetzt einfach mal ein paar Tage aus, ne. Also ich merke schon... Also ich hab mir gestern Videos angeschaut, also einfach mal YouTube-Videos angeschaut, und da fällt einem schon mal auf, dass... Also es gibt so ein paar Video-Formate, da kommt's nicht so auf Lippensynchronität an. Und Musik oder sich sowas wie ein Metronom oder sowas anzugucken, das ist auch nicht gerade zielführend, ne. Aber gerade wenn man so richtig so Muttersprachler sieht, wie sie sprechen, und versucht, noch einen Delay da reinzubringen, dann fällt einem das auch sehr, sehr schnell auf, dass es nicht Lippensynchron ist. Und so der, in Anführungszeichen, ultimative Test ist ja, auf meinem Game-PC lasse ich ein Spiel laufen, und wenn ich einen Schuss abgebe mit einer Waffe, sieht man ja halt auch den Muzzle-Flash, also das Mündungsfeuer sofort. Und wenn das dann irgendwie so gefühlt, bam, bam, ist, dann ist es halt zu lang, ne, so in der Richtung. Und ich bin jetzt kein E-Sportler, ich muss jetzt nicht irgendwie innerhalb von Millisekunden reagieren, aber... So ist das gerade bei dir, oder was? Nein, überhaupt nicht. Wenn das so wäre, dann würde ich bekloppt werden. Okay. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Jo, wenn das funktioniert, ist doch gut dann. Übrigens, schickes Teil, ne? So hier mit Farbe, finde ich, steht dir. Finde ich auch. Das Gesamtbild, äh... Ist auch passende Mütze noch dazu, aber ich hab gerade keine Jogging. Ich hätte auch noch die passende Jogginghose dazu. Die sehen wir ja sowieso nicht. Nee. Ich hab kurz an. Sonst zu warm. Pullover ist eigentlich auch schon zu viel, aber ich will mich jetzt nicht ausziehen. Jetzt nochmal kurz ein bisschen warm, bevor es wieder richtig kalt wird, ne? Ja, also geht. Also ist okay. Warm. Also ich meine, ich renne immer noch mit kurzen Hosen rum, ein bisschen frisch ab und zu. Also morgens Sport machen geht gar nicht in kurzen Hosen. Da würde ich tot frieren mittlerweile. Aber so nachmittags noch kurze Hose an, geht. Okay. 15 Grad. 16. Für mich ist das gerade aktuell das perfekte Erkältungswetter. Wenn ich jetzt nur ein T-Shirt anhätte oder sowas, ich wäre am nächsten Tag sofort verschnupft. Ich hab gestern hatte ich, äh, nicht schnuppen, aber gestern war ich, also gestern hatte ich einen Punch ins Face. Jetzt hat mir das Leben ganz kurz mal gezeigt, wer hier die Hosen anhat. Hör mal. Hör mal. Mager. Hör mal. Migräne. Risch. Magen. Risch. War gut. Ja. Also bei mir hat sich hardware-technisch nicht wirklich was getan, muss ich sagen. Mir ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Eins. Das hat jetzt, ja, vier Jahre hat das gehalten und das hat jetzt hier hinten am Ohr, hat das andere, äh, so einen richtig harten, äh, Wackelkontakt, sodass du, ja, es nahezu unmöglich ist, dich zu bewegen, weil das nur am Knarzen ist. Okay. Ja, und, äh, ich hatte letztens witzigerweise mit, äh, Pete's Meet über Twitter darüber gesprochen und jetzt darfst du dreimal raten, was ausverkauft war, ist. Dieses Mikro. Richtig. Jetzt musste ich, äh, leider Gottes muss ich ein bisschen länger warten, bis ich das kriege, aber ich hab mir jetzt noch ein zweites geordert, um das wieder zu tauschen. Es hat vier Jahre als gehalten, Dauer, äh, Dauerbetrieb, also, okay. Da kannst, also da könnte man auf der einen Seite jetzt sagen, so, was, das ist doch Profi-Werkzeug, das muss doch länger halten und auf der anderen Seite kann man, wenn man sich mal die Betriebsstunden anguckt, mal die, äh, ne, die Dingens da, äh, mal die Kirche im Dorf lassen und, äh, vier Jahre sind da schon echt gut, würde ich sagen. Wir können das ja mal rechnen mit einem Stream durchschnittlich, äh. Du könntest es dir sogar angucken, wie lange, wie viele Stunden du im Stream verbracht hast. Vier mal dreihundertfünfundsechzig. Dann sind wir bei 1400 Tagen, rechnen wir mal mit einem Durchschnitt von sieben Stunden Stream, dann hat das Ding zehntausend zweihundertzwanzig Stunden gehalten und hat zweihundertzwanzig Euro gekostet. Das heißt, wir rechnen mal kurz, müssen wir durch 220 rechnen, ja, ne? Durch zweihundertzwanzig Euro, das heißt, das Ding hat sechsundvierzig Cent die Stunde gekostet. Mh, den Tag. Den Tag, ja, sechsundvierzig Cent den Tag. Aber das kommt doch nicht hin, oder? Zweihundert, ich hab jetzt durch zweihundert, ne, wir müssen, äh, 220, 220 durch zehntausend zweihundertzwanzig rechnen. Dann hat das Ding null, dann hat das Ding zwei Cent pro Stunde gekostet. Jetzt rechnen wir mal auf 24, hahaha. Mal 24, dann sind wir bei 50 Cent. Das kommt nicht hin. Oder? Du warst in Mathe auch so in der Schule nicht so erfolgreich. Ich mach, on stream kein Mathe, weil ich denk grad nicht nach, ich führ nur aus. Hm, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Also, das hat nur zwei Cent, äh, zwei Cent die, die Stunde hat das Ding gekostet. Ja, ey, mein, mein Gott. Also, anders gesagt, äh, das hat, äh, also, ja, das hat deine Lebenserwartung übertroffen. Ja, weit, weit übertroffen, ja. Naja. Krass. Ja, mir ist mein, mein anderes Wireless, mein anderer Wireless-Kopfhörer, den ich per Kabel angeschlossen hatte, der hatte einen Wackelkontakt, ne, und, äh, ich hab's noch nicht geschafft, den mal aufzumachen und mal nachzugucken, nur beim, bei der Fehlerdiagnose, ich saß, also ohne Witz, ich saß hier so, live ist das passiert, ne, das war vorher auch schon mal, dass es mal einmal so ein bisschen so einen kurzen Wackel hatte, dann dachte ich mir, hab ich mir nichts dabei gedacht, und dann sitze ich hier vorm PC und wenn ich den Kopf gerade gehabt habe, war, war eine Seite tot. Also, wenn ich den Kopf so krumm gehabt habe, dann war die Seite okay, und du kannst aber nicht die ganze Zeit so sitzen, das ist ja, geht ja nicht, ne. Ja, war ein bisschen doof, aber dabei ist halt aufgefallen, dass das Kabel, das dann von einem Bügel zum anderen geht, das ist dünner als ein Klingeldraht, so, und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht gerade so geil, ne. Ich hab meine, meine alten Corsair Kopfhörer, die HS50, also ich benutze ja seit Jahren das günstigste Modell von Corsair, also ich glaub, es geht fast nicht mehr günstiger, ne, es geht nicht günstiger. Äh, ich hab eins vorher gehabt, ähm, das war, glaub ich, drei Jahre alt oder so, und mir ist hier an der Seite vom Bügel, ist der Schweiß in die Schrauben rein und hat das Metall zerfressen. Ey, ich hatte, ohne Witz, ne, ich saß im Stream und manchmal, äh, weil das so angegriffen war, hab ich immer auf einer Seite nix gehört. Und kennst du das hier, wenn du Druck auf die Ohren hast, dass du die Nase zuhältst und dann in die Ohren schiebst? Und ich hab das die ganze Zeit gemacht und ich dachte so, Alter, das kann doch nicht sein, was ist denn mit meinen Ohren nicht in Ordnung? Bis ich dann irgendwann die Kopfhörer mal abgenommen hab und gesehen hab, dass das schon übelst zerbrochen war und der ganze Schweiß hier drinnen die Schrauben zerfressen hat, sodass das gar nicht mehr funktionierte. Dann hab ich das noch zusammengetapet, dann hat das auch noch irgendwie so einen Monat gehalten oder so und dann musste ich das wirklich wechseln. Ich hab halt durch das Race, sag ich, wirklich so hart die, die Schrauben angegriffen mit dem Schweiß, dass es einfach raufsgegangen ist. Was? Das hat auch drei Jahre gehalten so. Also ich mein, jetzt hab ich zweimal ein neues, aber mit Schweiß ist das echt nicht zu sparen, so. Und dann wirst du trotzdem noch zuschauende Menschen haben, die sich dann noch darüber beschweren, dass das Gerät das ja abkönnen muss, ne? Naja, was heißt, das muss das abkönnen? Also ich sag mal, als Brillenträger, also jeder Brillenträger da draußen weiß, wie aggressiv Schweiß ist. Also jeder Brillenträger wird wahrscheinlich in seinem Leben hier an der Seite diese Üppel, die man früher hatte, schon mal zerfressen haben. Die Nasenbügel. Ja, die Nasenbügel. Oder ganze Bügel an den Ohren, wo das Plaste schon geronnen ist. So, ich mein, was willst du machen? Also da kannst du wirklich niemanden einen Vorwurf machen, wenn du drei Jahre da hardcore am Reinschwitzen bist, dann ist halt irgendwann noch Feierabend. Das zerfrisst halt alles. Also ich war wirklich verwundert, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Weil dafür, dass es, ich glaube, es kostete 60 Euro. Der Korsak-Kopfhörer jetzt, ne? Ja, genau, der Kopfhörer. Also das ist ein Headset, ja. Ja. Ja gut, ja, die Gaming-Teile sind immer Headsets, aber ich habe aber eins von MarkXY, das ist viel besser. Ja. Ich sage dazu immer, auch wenn ich meinen Werbepartner da promote und auch die Geräte zeige. Ich sage jedes Mal dazu, ein HiFi-Gerät ist quasi dem Gaming-Gerät in der Regel immer überlegen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist halt, wenn du eine Marke bist, die seit 40, 50 Jahren Geräte baut, egal ob es jetzt Lautsprecher, Kopfhörer oder was auch immer so sind. So, dann wissen die schon normalerweise, was sie tun, wenn das ihr Hauptjob so ist, ne? Ich habe meine Biodynamics auch durchgeschwitzt. Die sind auch kaputt gegangen. Es ist genau dasselbe passiert. Bei meinen, meine ersten Biodynamics-Kopfhörer, die ich mit 15 von meinem Onkel bekommen habe, die sind auch kaputt gegangen. Beim Umzug, weil jemand eine Kiste drauf gefallen hat. Ich war so enttäuscht, ey. Ich war wirklich enttäuscht. Das war mein erster Kopfhörer, der hatte auch noch so ein Ringelkabel, so mega lang. Und damals haben die mir das geschenkt und ich habe mich auch gefreut, weil die keinen Bock drauf hatten, dass ich immer die Musik in den Boxen laufen lasse. Und wir hatten in der Wohnung so einen Luftschacht, der ging von unten nach ganz oben durch. Und ich war natürlich so schlau, dass ich meine Box oben direkt neben der Öffnung von dem Schacht angehängt habe. Und es hat mich keiner davon abgehalten. Schon dumm, ich weiß, ne? Ja. Und dann hatte ich die Kopfhörer und dann hatten sie mehr Ruhe vor mir. Das war ein echt schönes Gerät. Ja. Schade. Mir ist auch, achso, mir ist noch was kaputt gegangen. Vielleicht hast du es bei Twitter gesehen. Ich habe bei meiner Bremse, die ist jetzt sechs Monate alt, ist auch das Gummi zerrissen. Das war auch wild. Ist es im Simracing nicht so, wer bremst, verliert? Oder ist das nur so eine Streetracer-Geschichte? Das ist, glaube ich, generell einfach nur so eine Phrase. Das war sehr witzig. Also, du musst dir vorstellen, wir sind halt richtig schön im Rennen drinne, potenziell auf Platz drei vorgefahren. Ne, also wir waren vier und es waren noch drei, waren noch drinne. Und ich latsche die Bremse rein. Und die Bremse ist aber so, da kommst du mit 270 Klamotten angeflogen. Und dann merkst du so, dass bei der Bremse kein Widerstand mehr ist. Und du drückst die einfach komplett durch und wunderst dich, ah, wo war jetzt? Also, mhm. Und dann ist halt, da sind halt solche Gummis drinne, die das zurückfedern quasi. Und das ganze Gummi ist so aufgeplatzt. Warte mal, ich kann dir... Das habe ich gesehen. Ach so. Den Tweet habe ich gesehen, aber du kannst es gerne zeigen. Ja, ich kann euch das mal... Ne, ich habe das kaputte Teil, habe ich jetzt nicht mehr da. Aber das ist hier, wartet mal, das ist so ein Gummi hier. Könnt ihr mal sehen hier. Also, das ist schon ordentlich dick und ordentlich hoch. Und das ist nach sechs Monaten einfach durchgebrochen. Also, das ist hier aufgerissen, einmal komplett durch und oben ist ein Stück abgeplatzt. Frage aus meinem Chat. Hydraulikbremse? Fragezeichen? Ja, Hydraulikbremse wäre eine Möglichkeit, aber die muss man sehr viel warten. Und ich bin gerne so ein Typ für wartungsarme Sachen. Aber Hydraulikbremse steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Weil ich versuche halt sehr, sehr viele Verschleißteile rauszunehmen, weil... Ich habe jetzt auch, das ist Heusingwelt, der Hersteller, ich habe denen das geschrieben. Ich so, hey, sorry, ich bin wirklich viel Fahrer. Ich fahre fast jeden Tag mehrere Stunden. Und da gab es auch gar keinen Gezeter. Die haben sofort zwei Packen losgeschickt. Also, ich habe jetzt wirklich so ein Paket Gummis, also Wechsel und dies, das, Ananas. Äh, und, äh, die haben gesagt, ja, ist okay, also können wir auch verstehen, äh, bei Streamer, Pipapo, äh, hier, äh, kriegst du gleich so eine, zwei so eine Dinger, äh, zugeschickt. Einfach, also wirklich komplett crazy. Ey, so ein Gummi, also Daumendick, äh, zwei Daumendick einfach zerrissen. Einfach weg. Würde man die, äh, bei, äh, Kraftfahrzeugen, würde man da wahrscheinlich anderes Material nehmen, was, was, was vielleicht nicht so weich ist, oder was einfach nicht so, äh, das Problem scheint ja zu sein, dass es, wenn du sagst, dass es zerrissen ist, dass, dass du es durch diese Über, also in Anführungszeichen Überbeanspruchung halt, äh, das ist jetzt keine Sollbruchstelle, aber vielleicht ist das Material halt einfach generell dann zu weich? Äh, ich glaube, das Material hat einfach auf Dauer, äh, zu viel... Äh, wie soll ich sagen, zu viel, äh, Belastung. Also ein Auto funktioniert ja per se erstmal anders. Also ein Auto hat ja noch ganz viele, äh, Zwischenstücke, wo physisch halt die Kraft umgelagert wird quasi. Und das hast du ja hier nicht. Also hier hast du halt den Verbund unten. Okay, 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 beim Auto hast du Hydraulik, ist schon klar, ne? Ja, genau. Dann trittst du offen, ja. So, und bei, bei dem ist halt so, die ist halt, es ist hart, also um die durchzutreten, musst du schon, da musst du, da geht, also du schiebst dich im Sitz hoch, um die durchzutreten. Also das ist nicht wie im Auto. Im Auto kannst du ja easy so aus dem Fuß bremsen, aber wenn du da bremst, schiebst du dich richtig hoch im Sitz. Also du machst hier den. Äh, und das ist halt irgendwann, ja, was willst du machen? Das wird halt kompressiert, geht auseinander, kompressiert geht auseinander. So, und jetzt stell dir das mal vor, wenn du, keine Ahnung, wie viel, wie oft man eine halbe Million mal den Gummi beanspruchst, naja, ist halt irgendwann Feierabend, ne? Dass Gummi eine halbe Million mal beanspruchen, ist schon ordentlich, ne? Mmh, kapper. Das hab ich auch gedacht, währenddessen ich das ausgesprochen hab, aber, äh, ich wollte es einfach nur wirken lassen. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn, das haben wir auch noch ausgetauscht, jetzt funktioniert wieder alles tippitoppi. Sehr cool. Ja, wenn Sachen kaputt gehen, ist immer scheiße, vor allen Dingen, wenn du darauf angewiesen bist, oder du konntest dann auch in dem Moment nicht weitermachen, weil deine Bremse kaputt war, right? Äh, ja, wir haben auch dadurch fünf Plätze verloren. Weil ich musste mit dem kaputten Auto noch in die Box fahren und ich konnte nicht bremsen und es war ein Trauerspiel. Es war ein Zwölf-Stunden-Rennen, wir haben das, äh, das war 30 Minuten vor Ende. Also, war scheiße. Ja, ist schon echt viel schiefgelaufen, so bei den Zwölf-Stunden-Rennen, ne? Ja. Totalausfall von der Software bis hin zu, bis hin zu jetzt, ein Gummi ist gerissen. Klingt komisch, aber, ne? Ohne Kontext, aber ist nachvollziehbar, ja. Windows neu installieren hatten wir auch schon im Rennen, Server-Absturz, einfach alles schon, alles schon erlebt, ja. Ich hab speziell in der letzten Woche, wo du gerade Windows neu installieren sagst, ähm, speziell in den letzten zehn Tagen, so roundabout, äh, kommen vermehrt Menschen mit der Idee, Windows 11 zu installieren. Und ich kann das nachvollziehen. Ich hab auch jetzt die ersten Videos auf YouTube gesehen von der Release-Version und, hey, das geht alles ein bisschen mehr in Richtung Bunty, wie, wie, wie Apple von außen so ein bisschen aussieht und dies, das und neuer Security-Layer, bla, bla, bla. Und ich find's auch interessant, aber ich seh nach wie vor auch keinen Grund. Und was ich so witzig dabei finde, warum ich das erwähne, ist, im Vorfeld hieß es ja irgendwie von Microsoft, von wegen so, hey, das wird ein Windows, da kriegt, also gerade für Gamer ist das voll gut, weil ihr kriegt voll mehr Power raus. Und dann kamen die ersten Leute in den Chat und sagten, hey, Windows 11 ist doch gut, das hat mehr Power. Und dann dachte ich mir, wo soll die denn herkommen? Und das kann ja sein, wenn man irgendwas optimiert, einstellt, ist das und so weiter, ne? Aber meistens muss das ja dann auch von den Softwareentwicklern kommen, also von den Spielen. Also müssten die geupdatet werden. Und wir alle wissen, wie schnell das geht und wie viel Bock die da haben, ältere Spiele zu updaten. So, und, ähm, dann gab's die News, äh, dann auch in diesem, mehr oder weniger im selben Atemzug, äh, ja, hm, AMD-Systeme können unter Umständen bis zu 25 Prozent langsamer sein. Das ist sicherlich nicht die Regel und das betrifft auch nicht viele, viele Systeme und nicht, ne, so die breite Masse. Aber schon, schon sehr amüsant, wie aus dem, hey, das neue Betriebssystem ist so viel schneller, wird auf einmal so eine Ente, die dann sagt, so, hm, naja, vielleicht aber nicht so die Ecke. Also ich warte da jetzt mit dem Update auf dem Game-System erstmal locker ein paar Monate ab, wie wir das schon mal angesprochen haben. Stream-PC kriegt das Update gar nicht. Nö. Und, äh, niemals. Keiner dieser Computer kriegt Windows 11. Keiner. Mein Game-PC wird das früher oder später kriegen. Äh, never change the running system. Nope. Da werde ich da nicht rangehen. Weil AMD-Grafikarten immer noch nicht funktionieren. Was haben wir, irgendwas haben wir, achso, wir haben letztens Far Cry gespielt. Ich hatte ein Placement für Far Cry. Jetzt schnall dich mal an. Ich, äh, nehm, ich, also, nun, äh, man, man kennt ja, ich schon weise voraus, sich in neuen Grafikarantreiber installieren. Alles schon vorher gemacht, auch im, äh, nicht im Stream, sondern vorher. Und hab dann zu Chat gesagt, so, nee, ich hab sogar im Stream gemacht, weil, für mich ist immer, ich mach alles im Stream beim Placement, weil damit die Leute sehen, wie so die normale User Experience ist. Also, nix mit, genau, nix mit testen, nix verschleiern oder verstecken, sondern so ist es und so geht's los. Ja, nö, gar kein Problem. Ich hab das Update eben draufgezogen, das war kein Thema. Und alle wissen so, ja, ja, beim Update musstest du es nochmal deinstallieren. Ja, genau. Und ich, das Ding einfach mal, ich dann, äh, gestartet. Und erst mal schön, 30 FPS. Ich, Voreinstellung genommen, 30 FPS. Es ruckelte. Es fehlte irgendwas. Nochmal, nochmal gemacht. Also, nochmal, nochmal einen anderen Grafikarantreiber installiert. Es ging kurz, dann fängt's wieder an zu lecken. Ich dann überleg, was das ist. V-Sync angemacht, ausgemacht, alles in den Einstellungen rumprobiert, auf Low gestellt. Hat alles nix gemacht. Das waren 30, 40, 50 FPS mit riesigen Lacks drin. Aber, aber nicht irgendwie gelockt auf 30, sondern, das... Nee, nee, nee. Einfach, äh, insane Lacks. Also, konntest du wirklich nicht spielen. Ich so, Alter, das kann doch nicht sein. Da ist eine 6800 XT drin und 5950 X und 32 GB Arbeitsschwahl. Wollte ich mich verarschen? Mhm. Ich alles wieder hochgeschraubt. Und dann hab ich von Vollbild auf Windows, äh, nee, auf, äh, Vollbild im Fenstermodus gestellt. Auf einmal hatte ich 180 FPS. Und ich so, Alter, das kann ja wohl bitte nicht mein Ernst sein. Wieso das denn jetzt? Und weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Ich hab genau dieselbe Scheiße in Battlefield auch gehabt. Genau denselben Mist. Ich hab eine Runde 144 Frames gehabt. Nächste Runde, kein, also 70 oder so'n Scheiß. Hab den, hab den, hab den, hab in den Optionen den Fenstermodus umgestellt. Dann hatte ich wieder welche. Dann hatte ich wieder keine. Dann musste ich das Spiel neu, äh, neu starten. Dann sind meine ganzen Einstellungen wieder verschwunden. Ich hab Battlefield, also wirklich, Battlefield war für mich der absolute Horror. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Die Beta war so scheiße. Also auf AMD-Systemen oder so, keine Ahnung, aber die Beta war richtig kacke. Ey, also, äh, Far Cry, ähm, ich fühle deinen Schmerz. Normalerweise wär's hier eher andersrum, dass es im Windows-Modus oder Borderless läuft und irgendwie ist es komisch, fühlt sich nicht direkt an oder so, ne? Oder auch ein bisschen weniger Performance vielleicht mal. Ähm, aber es fühlt sich schwammig an und du stellst es in ein Vollbild und ey, es läuft auf einmal super, ne? Äh, aber dass es andersrum ist, das find ich aber sehr strange. Hab ich auch noch nie gehabt. Komisch. Und dann hab ich's wieder zurückgestellt auf Vollbild, ging's wieder nicht mehr. Und du kannst es nur in Borderless Windows, äh, Windows-Borderless spielen. Super strange. Keine Ahnung. Super strange. Okay. Und zu der Battlefield-Thematik, so wie du dir vorstellen kannst, hab ich die vier Tage der Beta, äh, live damit verbracht, das zu spielen und, äh, das war auch alles ganz lustig, Fun and Games, etc. Aber, ähm, es lief halt auch auf meinem System, also auf dem Nvidia-Grafikkartensystem auch eher scheiße. Äh, grundsätzlich fand ich die Performance gut. Außer du hast mit Gegnern zu tun. Und da es ein Multiplayer-Spiel ist, äh, ruckelt's auch da viel, ne? Server-Performance-lastig. Ich glaube auch, dass diese meisten Probleme Server-Lags sind oder Probleme sind, das zu synchronisieren oder sowas. Und dann kommen, und dann schreiben natürlich Leute die Wahrheit in den Chat. Ja, das ist ne, das sollte man nicht so ernst nehmen, die Version ist ja schon ein paar Monate alt, ich hab gelesen zwei, nee, drei, weiß ich nicht so. Und das stimmt auch alles. Aber ich fand auch, dass AMD, ähm, dass EA sich mit der Beta nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Nee. Na, also, weil, weil, weil das war einfach, ich mein, du willst du nicht mehr, du willst doch normalerweise mit deiner Software dann zeigen, also nicht nur, wenn, 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 wenn EA gesagt hätte, Entschuldigung, wenn DICE gesagt hätte, das ist ein Einblick in das Game, es ist Alpha-Status und wir wissen, das hat eine Menge Fehler, aber ihr könnt schon mal reingucken und sagen, was ihr davon haltet. Dann wäre das ne völlig andere Aussage gewesen als, hey Leute, Battlefield 2042, das ist der Way to go, guckt es an, 128 Leute, man, 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 das wird so viel Spaß machen und und alle gucken, also viele gucken rein und denken sich so, Digga, es läuft scheiße, was macht ihr da? So, und angeblich, es gibt ein paar Gerüchte, ähm, dass das Game wohl noch verschoben werden soll und es kommt erst nächstes Jahr raus, ne, es ist nicht bestätigt, aber Gerüchte halt, wie immer, ne. Es wäre sensationell, wenn sie das verschieben, weil es war ne Vollkatastrophe. Aber das ist EA und ich glaube, die wollen das Weihnachtsgescheck haben und jetzt ist halt nicht Weihnachten. Ja, dann wird's halt wieder scheiße, so. Es lief einfach katastrophal. Also ich hab im Chat auch, ich glaube, ich hatte am Ende, am letzten Tag, als ich's wirklich nochmal probiert hab, 270 Zuschauer und das heißt eigentlich in der Regel immer schon, dass Chat weiß, okay, jetzt ist eigentlich eh nur noch ein Haufen Scheiße, was da gespielt wird. Es war so schlecht. Es war wirklich so unfassbar schlecht. Und ich hab halt irgendwann mal aufgehört, äh, aufgehört, Leuten zu erzählen, dass irgendwas, haha, funny, funny, ist alles toll, nee, das ist so kacke gewesen. Der Netcode war eine absolute Vollkatastrophe. Die ganzen Konsolenspieler, also Leute sagten mir, es gibt kein Auto-Aim. Alter, was du da an Dreier-Headshots gekriegt hast, bop, 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 bop und weg war's, bop, 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 gegen Konsolenspieler, denkst du so an, das ist klar, okay, gut, cool. Ich hab die, äh, das Crossplay hab ich anfangs, äh, am ersten Tag schon deaktiviert, weil es hieß, ja, viele Legs können damit behoben werden, ne, also wenn man das ausschaltet, dass dann, dass irgendwie was nicht synchron läuft oder so, dass das nicht mehr so lenken soll, hab ich ausgemacht, ähm, hab also nur gegen PC-Leute gespielt und was sich viel schlimmer war, wer ist auf die Idee gekommen, auf so einer Karte 128 Leute drauf zu lassen, jetzt mal abgesehen von den Bots, bin ich auch kein Freund von, aber 128 Leute auf so einer Karte bedeutet, sobald du mit irgendeinem Fahrzeug, also im Heli oder im Jet fliegst, hast du immer jemanden, der dich unaimt und mit irgendeiner Rocket abschießt, mit einer Anti-Air, mit, die Anti-Air, die rumfährt und, ey, unfass, also das war, du hast immer eine Runde gehabt, die war okay, da konntest du ein bisschen fliegen, hast ein paar Kills gemacht, bist abgeschossen worden, hey, neu gespawnt, läuft, ne, und ein guter Pilot kann sich natürlich auch gut wehren, klar, keine Frage, aber dann hast du die Runde, da hebst du ab und sofort angeaimt und du wirst abgeschossen, so, ne, also 128 Spiele auf so einer Map ist, geht gar nicht. Ich glaub, das ist bestimmt auch nur so ein Vorzeigeding gewesen. Wer hat sich eigentlich überlegt, am Sonntag um 9 Uhr morgens die Beta zu beenden? Auf Sonntag um 9 Uhr morgens. Ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass sie das nochmal dann posten, von wegen so, hey Leute, wir lassen die Beta noch zwei, drei Tage länger laufen. Das war wahrscheinlich der Plan, weil wer macht einen Sonntag um 9 Uhr morgens das aus? Wie bescheuert musst du nur sein? Keine Ahnung, welche Zeitzone das in Amiland dann ist, ne? Das ist ja dann irgendwie nachts um, also ich glaube, das ist dann... Sechs Stunden zurück oder neun Stunden zurück? Ne, Westküstenzeit 0 Uhr dann bei denen, ne? Ja. So P mal R. Total bescheuert. Ich hab übrigens Crossplay am Anfang gar nicht ausgemacht, weil ich nur gegen Bots gespielt hab. Da war kein einziger PC-Spieler am ersten Tag. Das haben mir auch Leute geschrieben, dass sie jetzt ein paar Runden gespielt haben und sie hätten nur Bots in den Runden gehabt. Ja. Nur. Ja. Und bei mir war das, also ich bin mal in ne Runde gekommen, wo keine Spieler drauf kamen. Da waren irgendwie, du kannst ja über Tapcons ja gucken, da wurde ja angezeigt, wie viele Spieler connected waren und dann waren das irgendwie so, keine Ahnung, 10 gegen 10 und der Rest waren Bots. Aber die meisten Runden haben geklappt, dass sie aufgefüllt wurden. Also war auf jeden Fall nicht so ne tolle Experience, muss ich sagen. Also da hat mich ganz ehrlich, als alter Ubisoft, äh, als alte Ubisoft-Flag-Maschine immer gegen Ubisoft zu schießen, da hat mir echt Far Cry besser gefallen. Also viel mehr. Also das hat mehr abgeliefert. Hast du den Hazard Zone, äh, den Modus, Hazard Zone, den Trailer davon schon gesehen, was man da machen können soll? Nee. Okay, also Battlefield besteht aus drei großen Teilen. Ja. Der eine ist der Portal-Modus, wo man eigene Sachen basteln kann, ist jetzt egal. Ja. Dann gibt's den normalen Teil der, äh, wie heißt der nochmal, War, irgendwas, wo man halt Konquest und Team Deathmatch und so spielen kann und der andere heißt Hazard Zone. Das haben wir auch schon mal gesehen, äh, es stürzen auf der Map irgendwo Satelliten ab, du musst hin, musst dann irgendwelche Datendrives draus retten, kannst auch mehrere retten und länger drinbleiben und dann musst du extracten. Irgendwo wirst du abgeholt mit einem Heli oder sowas, ne, und du spielst nur deine vier Leute in deinem Squad. Zombie-Modus, also. Danke. Ja. Ja, im Grunde nix anderes, ne? Ja, schon nicht schlimm. Aber die nähern sich immer mehr an, also Battlefield ist schon einfach mittlerweile, äh, COD, diese ganze Rumgerutsche auf dem Boden, äh, das Waffenhandling ist, äh, die, ich mein, ganz ehrlich, äh, die Vektor hat's für mich halt komplett abgeschossen. Das ist halt, das hat er halt einfach für mich persönlich gar nix wirklich drin zu suchen. Diese, ich mein, wer ist denn auf die glorreiche Idee gekommen, im, im Game über ne Taste deine Attachments zu ändern? Was ist das denn für ein, hä? Aber, fandst du's nicht cool? Dass wenn du ne, 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 ne Sturmgewehr hast und dein Gegner ist weiter weg, dass du mal eben klick, klick, oh, jetzt hab ich ein Visier drauf, käm, bam. Nee, fand ich überhaupt nicht geil. Nee, fand ich überhaupt nicht geil. Nee. Ähm, dieses Rumgerutsche und Bunnygehoppe soll sowieso noch eingeschränkt werden, ne? Aber, wie du, wie du schon festgestellt hast, es hat schon sehr COD-lastige Züge da, ne? Ja. Es hat ein bisschen was von Warzone, ein bisschen was von, ja. Also, ich mein, es ist so, es kommt Feeling auf durch das Ganze, du hast halt wieder Panzer drin, es ballert wieder ordentlich, Flugzeuge sind da, so, so, vom Feeling her ist es wirklich ein schönes Battlefield und ich denke auch, dass das Gameplay ziemlich cool ist, ähm, aber es ist schon wild, muss ich sagen. Ich find auch, dass der Medic so absolut fucking useless ist. Der Medic wurde wohl im Vorfeld in den geschlossenen Playtests jetzt noch stark beschnitten, ne? Also, du konntest vorher mit der Medic-Dame, die hat ja diese Pistole dabei. Und damit kann man jetzt ja nur noch Leute, ähm, quasi denen so einen Health-Buff geben, was auch nicht ganz nützlich ist, weil die Leute nach 20 Sekunden eh wieder Full-Life sind oder 15. Ne? Also, useless. So, und diese Pistole konnte wohl vorher auch Leute, äh, wiederbeleben. Und das wurde wohl rausgenommen, weil das wohl zu stark war, kann ich mir vorstellen. Weißt du, dein ganzes Bataillon wird irgendwie niedergemäht, ja, von was auch immer. Und du stehst da, küs, 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 alles stehen wieder, ist ja auch scheiße. Und du kannst dann deine, nimmst dir noch die, die Dings mit, ne, ne Ammo-Kiste und setzt dich einfach im Busch. Also, wirklich da hinstellen und E drücken zum Revival, ich hab wirklich, ich hab geheult. Also, ich bin halt in, in, in Battlefield 3, hab ich, keine Ahnung, irgendwas bei 30.000 Revives gehabt oder so eine Scheiße. Ich stand da wirklich so, Alter, das kann jetzt bitte nicht euer Ernst sein. Ne. Excuse, was soll, warum soll ich damit eh jetzt stehen für 10, im Offenen für 10 Sekunden? Ohne, dass du einen Defibrillator hast und so und alles, ne? Ja. Ja, das fand ich, also ich finde auch, dass, wenn man, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, so, naja, irgendwie, was haben die denn die letzten Jahre gemacht? Also, also, ist das jetzt so eine Idee, die sie letztes Jahr aufgeschrieben haben in so einer Session und dann wird es mal eben kurz zusammengecodet? Also, ich verstehe schon, dass, dass Spieleentwicklung super lange dauert und dass ein komplexes Game wie Battlefield halt auch sehr viel Ressourcen und Zeit verschlingt. Ja. Ähm, aber irgendwie fand, also ich fand die Beta auch super, super lustlos. Also, es tut mir leid, ich bin auch ein Battlefield-Fanboy, aber, ähm, ich fand, ich fand, mir hat es nicht gefallen. Also, ich werde es mir trotzdem holen, wenn es, wenn es nicht gestellt wird und ich keine Promo habe, ich werde es mir auch kaufen, keine Frage. Aber, äh, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich auch. Also, ich hoffe wirklich sehr, dass sie es nochmal verschieben. In, also wirklich, ich, also, weil es soll nächsten Monat, ja, nächsten Monat soll kommen, ne? Ja, ich hoffe, es wird nochmal verschoben. Also, ansonsten wird das so ein Battlefield 4-Ding. Bei dir und bei vielen anderen lief Battlefield 4 also nicht gut. Ne, Katastrophe. Als das Game rauskam, es hatte so seine Fehler, klar, äh, und auch speziell die Alpha, die auch ohne Texturen, äh, da war, ne? Das war zum Beispiel eine Alpha, das hab ich total verstanden. Hey, wir lassen euch schon mal eine Woche vorab spielen, äh, eine Woche spielen, woran wir dran sitzen, aber das hat keine Texturen, wir haben noch tausend Fehler drin. Und das war so das Ding so, boah, das neue Battlefield mit der neuen Grafik-Engine, das wird ja der Shit, aber, ja, ja, wir verstehen das, ne? Und das hat bei mir geruckelt, geflackert und das war schwierig, aber, ne? Man hat schon mal so ein Preview gehabt. Und, äh, das fand ich cool und, ähm, und, äh, ja, ansonsten hatte ich kaum Probleme mit der Battlefield 4-Geschichte, nachdem es released wurde. Andere Leute haben da Abstürze gehabt und Ruckler und No-Frame-Rates und das hat geflackert und so, das hatte ich gar nicht. Null. Ja, ich hatte das ganze Programm, ich hab's weggepackt, instant wieder. Ich hab's dann auch irgendwann nie wieder großartig ausgepackt und rausgeholt. In Battlefield 4 hab ich über, ich müsste nochmal nachgucken, 1300 Stunden oder so. 1500, ich weiß nicht. 200, 300 Stunden oder so maximal. Die letzten Battlefields, 1 und 5, in denen hab ich fast nichts, also in einem 120 und in dem anderen, glaub ich, keine 60 oder so. Ich hab letztens erst nachgeguckt, also voll wenig. Da hab ich sogar mehr Hardline gespielt. Hardline fand ich grundsätzlich, Hardline hätte halt einfach nicht als Battlefield released werden sollen. Nee. Einfach nur ein Shooter. Das hätte einfach nur Hardline heißen sollen, nicht Battlefield-Hardline. Hardline war gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Durch das Infanterie-Ding so, ne? War nicht schlecht, ja. Ja, war halt kein Militär-Shooter. Das hat's, glaub ich, für viele kaputt gemacht. Und da gab's noch ein paar Leute, die hatten keinen Bock auf Kollegah in dem Singleplayer. I don't know. Ach so, ja, Singleplayer, den hab ich gespielt, der war ganz okay. Freeze! Freeze! Ja, ich bin sehr gespannt, was sie mit Battlefield machen. Also ich lass mich überraschen, so. Ich hoffe immer noch sehr, also ich würd schon gerne, also wenn die den Medic nicht, also dann bin ich wirklich traurig. Wenn der keine Spritze oder Defi oder so kriegt, der, wo? Vor allem, weil sie als Medic hat ja nicht mal einen Vorteil zum Reviven. Stehst genau so lange wie jeder andere auch da. Wenn man da sagen würde, ja, Revive mit ihr geht halt Faktor X schneller oder so, ne? Wär ja schon mal irgendwas. Und die Pistole ist so dumm. Die ist wirklich so selten dämlich. Was willst du jemanden heilen? Also wofür? Der klappt doch eh gleich wieder um. Ich find das sowieso dämlich, so. Weißt du, bei Battlefield 3 und 4 gab's natürlich auch so eine Art Self-Repair bei Fahrzeugen und sowas, aber wenn du eine gewisse HP deines Fahrzeugs unterschritten hattest, dann brannte das ab und irgendwann ist es explodiert und kaputt gegangen. Das hast du jetzt nicht mehr. Nee, der Panzer repariert sich von alleine. Ja, einfach so, auch mit einem Heli, ne? Wenn du angeschossen wurdest, hast zwei Rockets gefressen und hast die überlebt, dann bist du einfach weggeflogen aus der Range, fliegst 20 Sekunden irgendwo rum, dann bist du wieder, also dann bist du noch nicht ganz full, aber dann kannst du auf die andere Seite der Map fliegen und da dein Ding machen, ist auch gut. Also ich fand Balancing-mäßig war das halt auch Katastrophe. Sehr schade. Aber hey, vielleicht ist das ja auch nur für die Beta so eingestellt gewesen und demnächst ist es total schwer und puh. Ja, Panzerfahren hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Wobei ich dieses Respawn-System ein bisschen weird fand. Also da stand halt ein 0 von 2, du hast deinen Respawn-Timer und dann war der auf einmal wieder weg und du konntest ihn dir dann doch nicht holen, weil irgendein anderer mitten auf der Karte sich so ein Ding geholt hat. Und das war komisch. Hatte ich auch super häufig. Der Heli ist frei, Little Bird war ja auch eines der meistgenutzten Fahrzeuge. Heli ist frei und es steht, dass auch welche verfügbar sind, ist nicht ausgegraut und ich habe keinen Timer, den ich noch abwarten muss. Du kannst draufklicken, es passiert nichts. Und du klickst drei-, viermal drauf und es passiert nichts. Du machst es nochmal zu, machst es nochmal auf, du kannst draufklicken. War wahrscheinlich ein Anzeige-Bug. Und wie du schon sagst, wenn es einer auf der Karte geholt hat, dann, ja. Aber ich habe eine News dazu gelesen, dass DICE EA schon, also die wollen mehr Fahrzeuge auf den Karten haben. Noch mehr. Noch mehr? Ja. Ich glaube auch, wenn du Infantrist auf dieser Map Orbital spielst, hast du eine echt schwere Zeit. Da wirst du nur noch abgefarmt. Guck mal, jetzt war nur die Beta und wir haben noch nicht so wirklich viele gute Piloten und Fahrzeugdriver halt mit dabei gehabt. Wenn das noch mehr wird, da kommt irgendein Fahrzeug um die Ecke und bam, du bist tot. Ich hatte zwischendurch Runden, da sind Little Birds um mein Tank geflogen, da konntest du gar nichts machen. Da war komplett Arsch ab, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Rückwärtsgang, Dings rein, dies, das, Ananas. Da hast du echt schon auch keinen Bock mehr gehabt als Panzer. Aber noch mehr, also ich würde, noch mehr würde ich schon feiern. Das ist halt wie bei Battlefield 3, dieses Armored Warfare war das, glaube ich, ne? Das war echt cool. Da gab es viele, 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 viele Panzer. Also gerade mit den Destroyern und so, die waren wirklich cool, die konnte man auch alleine fahren. Aber was mich wirklich traurig macht, ist dieses Self-Repair, weil man braucht das Tool nicht mehr. Und du kannst mit dem Repair-Tool keine Leute mehr grillen. Oder nur noch sehr, sehr, sehr langsam. Also früher konntest du ja mit dem Repair-Tool ein paar Sekunden an jemanden dranhalten, der war dann tot. Und das haben, ich habe Clips gesehen von Leuten, die das gemacht haben, jetzt während der Beta und das hat halt das Gefühl keinen Schaden gemacht. Oder nur sehr, sehr wenig. Ich glaube, das geht halt mehr so in die COD-Richtung, wir wollen die Kids jetzt abholen. Ich glaube, das ist mehr so dieses Mainstream-freundliche Gamen, würde ich sagen. Vielleicht sind wir aber auch zu Hardcore-Gamer, dass wir das nicht mögen, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. Also sowas wie Battlefield 4 wird es sowieso nicht nochmal geben und die ganz alten Zeiten, 42 oder Battlefield 2, das wünschen sich auch immer wieder so Veteranen, das kommt garantiert nicht nochmal wieder. Battlefield 3. Ja, Battlefield 3 fände ich auch gut. Wenn es davon mal ein Remake geben sollte, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Remakes, aber das würde ich auf jeden Fall spielen. Aktuellere Engine, ein besserer Code, so. Schon gut, schon gut. Naja. Ja, Battlefield halt, ne? Ja, der exzellionste Battlefield-Release, damit die Aktionäre glücklich sind. So fühlt sich das halt mittlerweile halt einfach an. Leider. Mal sehen. Gucken wir mal, wann es rauskommt. Ich freue mich trotzdem noch drauf, also ich hoffe, dass man irgendwie in irgendeiner Form mehr Panzer fahren kann und nicht immer 300 Jahre campen muss und so. Und dass der Netcode dann mal, also wirklich jetzt, was mich auch komplett in Flash scheint, du schießt jemanden vor die Füße mit dem Panzer und der stirbt nicht. Ja, das ist ja normal, du hast ihn ja nicht getroffen. Oder du schießt halt, der steht hinter der Wand, du schießt hier in die Wand und er stirbt nicht. Und denkst dir so, das kann doch auch bitte nicht euer Ernst sein, oder? Oder du hast so eine Gatling-Gun von einem Heli und schießt auf einen Infanteristen und der fällt halt nicht um, erst nachdem du ihn in zehn Sekunden damit beballert hast. Und dann so, ja vielleicht ist das eine Waffe, mit der man nur auf Fahrzeuge schießen kann. Und dann denk ich mir so, hm, ja genau, stimmt, da war ja was. Die Helis, die in echt auch mit Maschinengewehren bestützt sind, mit denen man nur Fahrzeuge zerstört und dann so, cool. Weil das schadet ja Menschen nicht, also Panzer durchstreckende Munition, das ist doch, hallo, da ist doch menschlicher Körper immun gegen. Absolut, absolut. Aber ich bin ja bei Hardline damals mal bei so einem Playtest in Amiland gewesen. Und da saßen wir dann auch mit so, der eine oder zwei Developer, glaube ich, mit in unserem Raum und haben sich so ein paar Notizen aufgenommen von den Leuten, was wir so erzählt haben. Und da war auch, dass der, es gab ja ein Heli in dem Spiel und ich glaube auch so ein Flugzeug. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gespielt. Und der Heli hatte auch so eine Knarre unten dran und die hat auch gegen Infanteristen gar keinen Schaden gemacht am Anfang. Und dann war das Feedback auch sofort von allen Anwesenden, so von wegen, so ja, also die im Heli gesessen haben, so von denen, ja wir hätten schon gedacht, also der Spieler muss jetzt nicht sofort umfallen, damit das nicht so eine OP-Waffe ist, aber so, dass man da 20 Sekunden draufhalten muss, das ist halt auch völlig unrealistisch. Also man würde schon erwarten, dass da mehr passiert. Und dann war das so, ja okay, schreib, schreib und dann nie wieder was von gehört, ne, leider. Wie immer halt. So tun halt's ab und dann nicht machen. Ja. Bist du mal mit dem Osprey geflogen? Mit dem Großen? Ne, ich bin gar nichts geflogen, ehrlich gesagt, weil ich wirklich, ich hab nach dem ersten Tag keinen Bock mehr gehabt. Und mich hat das, also dieses ganze FPS geschwankert, ich hatte am ersten Tag so einen beschissenen Netcode, ich hab auf Leute geschossen und da kam nix an. Und irgendwann hab ich gesagt, ey, sorry, hab ich keinen Bock mehr. Also ich hab mich wirklich danach zwei Tage nochmal gequält, weil ich wollte eigentlich, aber ich hab dann irgendwann gesagt, scheiße, komm, ich deinstalliere jetzt. Hab ich keine, boah, hab ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Also der Osprey fliegt sich halt echt wie so ein fliegender Überseecontainer, hat jemand bei mir in Chat geschrieben und genau so ist das auch, ne, so total träge und schwer. Und dann hast du quasi links einen Gunner, rechts einen Gunner, unten drunter einen Gunner und ich glaub, du kannst noch irgendwie ein paar Leute als, so quasi transportieren, ist ja nichts anderes als ein Transport-Heli sozusagen. Das ist schon ganz witzig umgesetzt. Aber wenn du so ein Ding mal abschießt und der ist voll besetzt, dann... Hab ich mit der Panzerfaust und mit dem Panzer. Geil. Ja. Was ist eigentlich, also jetzt mal wirklich, was ist denn das für ein beklopptes Scoreboard? Was meinst du? Na, das Scoreboard ist doch totale Scheiße. Da ist nicht mehr so wie früher, du hast so und so viel Kills gemacht, du bist so oft gestorben und das ist deine Punktzahl. Sondern jetzt rutscht dein Squatter irgendwie hoch und man kann da drinnen nix erlesen. Das ist so Jauche. Ach so, das meinst du. Ja, aber wird das am Ende nicht Scoreboard-mäßig angezeigt? Nein, da steht auch nix. Du gehst einfach in deine Belohnung rein und das war's. Und da kommst du dann auch nicht mehr ins Scoreboard. Du kannst nicht sehen, wie viele Kills du gemacht hast, wie oft du gestorben bist. Das gibt's alles nicht. Das ist so gescheuert. Man konnte, wenn man Escape gedrückt hat, konnte man ja sich die ganze... Und dann auf Squads and Teams konnte man sich die ganzen Spiele angucken. Und ich meine, da wäre ein ganz normales Scoreboard drin gewesen. Aber das sind so Sachen, weißt du, so Entwickler, die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren solche Multiplayer-Spiele programmieren. Da achten die halt nicht drauf. Da legen die Spiele ja keinen Wert drauf, weißt du. Auf dem Scoreboard? Ja, ja. Ja, okay. Auf einer offenen Stelle stehen für zehn Sekunden und jemanden reviven. Wer hat sich das ausgedacht? Wer? Wer hat sich das ausgedacht? Auch bei 128 Mann. Wer? Ich fand das sehr schwierig mit den 128 Leuten. Wirklich. Das hat mich... Das stört mich wirklich. Also, das ist einfach too much. Es gibt sicherlich Maps und Situationen, wo das auch Spaß machen kann. Aber so dieses 128 Leute war einfach zu viel. Und das hast du auch gemerkt, ne? Fand ich gar nicht. Also, fand ich... Hab ich jetzt nicht so... Nö. Ich fand das mal okay. Wir waren eh alle oben auf dem Haus, auf B. Jede zweite Runde. Und dann... Pew, pew, pew. YouTube-Video. 1500 Meter Snart, baby. Look at this. Das Video ist going viral. Und denkst dir unten halt auf der Straße. Was machst du da oben eigentlich? The fuck? Komm noch runter und spiel Battlefield. Ich hab dann versucht, mit dem Little Bird oben hoch zu fliegen. Dann einmal so die Rockets reinzuballern. Dann hast du meistens so ein, zwei, drei Leute im günstigsten Fall weggemacht. Dann hast du oben die ganzen Leute mit ihren Lock-on-Missiles. Dann musstest du wieder an dem Hochhaus an der Seite entlang diven, dass die dich nicht mehr locken konnten. Das hat mal mehr, mal besser, mal schlechter funktioniert. War auch ganz witzig. Aber ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist halt jetzt nur eine Beta, die den Namen wahrscheinlich nicht verdient hat. Und gucken wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Also den witzigsten, wirklich witzigsten Satz, der bei mir richtig reingekickt hat. Naja, die ist ja zwei Monate alt. Ist ja nicht aussagekräftig. Also das hat mich wirklich jedes Mal, hat mich das abgeholt, wo ich mir gesagt habe, naja, was soll ich denn sonst bewerten? Ich kann nicht zwei Monate in die Zukunft gucken. Wenn die mir zwei Monate alte Scheiße vor den Latz drücken, dann kann ich ja nur zwei Monate alte Sachen bewerten. Die ist ja zwei Monate alt. Das ist ja, da kann sich ja noch viel getan haben. Ja, ja, in der Spieleentwicklung tut sich in zwei Monaten sehr viel. Das nennt sich Marketing. Also ich bin nach wie vor ein bisschen gespannt, aber ich bin nicht gehypt. Das war ich vorher auch nicht. Ich werde es spielen, wenn es rauskommt. Ich hoffe, dass sich da auch eine Menge dran dreht und getan hat. Am Ende werden wir das, was du gerade gesagt hast, das, was wir dann später sehen, das werden wir nochmal bewerten. Das wird jeder für sich machen. Und wenn man da Spaß dran hat, cool. Wenn nicht, dann nicht cool. Und mein Chat hatte das auch von vornherein auf dem Schirm. Ja, EA bietet ja auch quasi so ein Abo-Modell an. EA Play bzw. EA Play Pro. Das zahlst du halt ein Zehner bzw. 15. Wenn man sich das Game nicht direkt holen will, dann holt man sich halt dieses Abo dann halt mal für einen Monat, kündigt das dann auch wieder sofort. Dann kann man vorab reinspielen. Man kann unbegrenzt lange zocken. Also mit dem Pro-Modell, mit dem normalen halt irgendwie nicht. Du hast eben kein Keystore irgendwie Geld in Rachen geschmissen. Die Keystores haben nämlich auch wieder diese Beta-Keys, die man vier Tage spielen konnte für zehn Euro verkauft teilweise. Also da hört es vom Verständnis auch für mich auf. Weil dieser Beta-Key hat ja nur zwei Tage seine Gültigkeit gehabt. Danach war die Beta-EE offen für alle. Und trotzdem haben die ihr Geschäft damit gemacht. Das finde ich schon schwierig. Keystores halt, oder? Naja. Wie fandet ihr das Snipen? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gesniped. Ein paar Runden habe ich das mal gemacht. Das war okay. Wenn du gut drauf warst, auf den Kopf, dann fallen die Gegner halt ganz gut um. Ich habe gesehen, dass ein paar, es gab ein paar Videos in meiner Bubble, die mich erreicht haben von so reinen Sniping-Videos. Und da hat man halt diese typischen Zusammenschnitte wieder gesehen, wie jedes Mal. Fand ich jetzt nicht sonderlich aussagekräftig. Also ich erwarte bei so einem schnellen Battlefield nicht, dass man erst, keine Ahnung, zehn Minuten sich positionieren muss und wartet, bis einer reinläuft. So, nee, das muss schon ein schnelles Snipen sein. Aber ich bin da eh kein Sniper. Ab und zu mal eine Runde zwischendurch. Oder wenn über den Portal-Modus später Bolt-Sniper-only-Hardcore-Server möglich wären, dann bin ich dabei. Weil das habe ich nämlich in Battlefield 4 gemacht. Also einer meiner meistgespieltesten Waffen-Wahne-Sniper. Eben dreieinhalbfach Scope drauf und dann gib ihm. Das hat schon Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, absolut. So, genug Battlefield. Wir haben schon viel Zeit da reingepumpt gerade. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Ja, stimmt. Und das ist ja auch Hardware mehr oder weniger. Ja, so auf irgendeine Hardware läuft es. Wollte ich ja gerade sagen. Das gehört ja auch dazu. Okay, einen letzten Satz noch. Na dann. Offensichtlich wird es keinen Server-Browser geben und du kannst wahrscheinlich nur Leute über deine Freundesliste ein- und ausladen. Und abgesehen davon, dass man in dieser Beta jetzt weder das Squad administrieren konnte oder in einem anderen Squad beitreten konnte, außer über deine Freundesliste direkt am Anfang, finde ich, das ist eine superschlimme Entwicklung, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, hey, ich spiele auf dem und dem Server. Da kann man nicht mehr mit vielen Menschen zusammenzocken. Ja, willkommen in COD halt. Es ist immer Mainstream, ja. Ey, aber die Leute feiern das ja. Battlefield 4, Server-Link aus dem Battlelog kopiert, in den Chat geworfen, hier kommt er drauf, 64-Mann-Server, gib ihm. Das war noch krass. Cool. So, jetzt aber genug. Ich weiß nicht, warum die Leute das machen. Also doch, weiß ich, wegen dem Konsolenmarkt, weil der halt einfach riesig ist. Ja. Der Konsolenmarkt ist so riesig, dass die Features für den PC halt verdrängt werden. Ich, also was soll das? Also, ich, ach. Ja, mein Chat fragt gerade, ob man irgendwo sehen kann, wie viele Leute die Beta gespielt haben. DICE hat das selber veröffentlicht. Es gibt den offiziellen Battlefield-Channel. Ansonsten gehst du einfach zu Battlefield Insight zum Beispiel, den Blog. Da findest du das auch instant. Also, das ist gerade erst veröffentlicht worden. Ich weiß es jetzt nicht. Ich such das jetzt auch nicht raus. Da steht alles drin, ja, so und so viele Raketenstarts wurden beobachtet, so und so viele Explosionen gab es, so und so viel dies und so. Weißt du, das sind dann halt wieder so diese typischen, ja, Hype-erzeugenden Zahlen, so von wegen, hey, die Beta war aber mega erfolgreich. Als ob man eine Beta daran messen kann, wie oft man gesehen hat, dass die Rakete abgehoben ist, so, ne? Ich hab das, by the way, nicht einmal gesehen. Ist über 80.000 Mal passiert. Ich hab's nicht ein einziges Mal gesehen. Aber Wetter war geil. Also, Wetter war geil. Wenn die Frames dabei stabil waren, war geil. Ich fand das ehrlich gesagt eher abfuckt, dass du, wenn du im Heli geflogen bist, wenn du in der, aus dem Cockpit, also First-Person-Ansicht warst, war es halt total dunkel. Du konntest fast nichts erkennen, weil offensichtlich dein komplettes Cockpit halt beschlagen ist von außen und der Regen halt sein Nötiges getan hat. Gehst du aber in die Third-Person-Ansicht, ist es halt viel heller und du kannst Spieler sehen. Aber du kannst sie nicht markieren. Warum kann man Spieler nicht markieren? Warum gibt's perfekt noch mal Kuh nicht mehr? Und da war dann auch die Idee im Raum, vielleicht ist das nur ein Bug gewesen. Was? Oh. Ja. Keine Panzerbuck hier, nix. Früher hast du die ganze Zeit immer Kuh gespammt. Nisch passiert. Ich war super traurig. War früher super, super wichtig. So. Ja, mein Mischpult und meine Audio-Interfaces haben jetzt keinen Strom. Die stehen da und gucken mich an. Wieso haben die keinen Strom? Ja, weil die komplette Audio-Chain jetzt quasi über die beiden Computer läuft, ohne dass ich, also ich spreche hier in das Mikro, das geht ins Wave XLR, das übrigens demnächst VST-Plugin-Unterstützung bekommt. Ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben. Ja. Was ich sehr, sehr cool finde, auf die Weise ist es immer noch ein USB-Audio-Interface und dementsprechend können Probleme mit USB auftreten. Dessen bin ich mir bewusst. Aber dass diese VST-Plugin-Unterstützung direkt dann ab dem Zeitpunkt passiert, bedeutet das, alle angeschlossenen Geräte davon profitieren. Also du kannst es dann sowohl im Stream benutzen als auch in deinem Voice-Tool etc. Das finde ich super, super gut. Naja. Ja, und deshalb brauche ich die ganzen Sachen gerade aktuell nicht. Ja, ist doch cool. Wenn das funktioniert. Ja. Wenn das funktioniert, ist das cool. Ich werde berichten, wenn ich Probleme habe. Es ist nicht deins. Es ist nicht deins. Aber wenn es funktioniert, okay. Du wirst es schon sehen. Ich werde mich, also ich enthalte mich da, bitte, wenn das für dich funktioniert so, okay. ich kann meinen inneren Monk hier kontrollieren und sagen, schön Alex, es freut mich sehr, dass du das so machst. Der Chat ist übrigens der Meinung, dass ich mir demnächst einen 3D-Drucker kaufen werde. Ich habe dem Chat gesagt, dass der Chat sich irrt. Nur weil wir jetzt mal ein paar Mal auf Singiverse gewesen sind, um zu gucken, was da überhaupt so gedruckt wird. Und weil mir Menschen unaufgefordert Informationen zu verschiedenen 3D-Druckern und Techniken halt irgendwie geben. aber ich verstehe deinen Handwerker-Bastel-Trieb mal eben für jeden Scheiß sich alle Sachen selber herzustellen und sei es, dass man nur einfach so eine ganz spezielle Custom-Kabelklemme hat, die nur du in dieser Situation an der Stelle brauchst, weil du es einfach kannst. Finde ich schon cool. Ja, aber ich habe dieses Jahr auch mit unter durch den Hardcast meinen inneren Schwaben gesummelt. Es wird nichts gekauft. Da müssen wir mal einen Schwaben mal fragen, wie man das machen kann. Diese Schwabenbeschwörungsformel, die würde ich ab und zu auch ganz gerne mal haben. Ich habe mir einfach gesagt, Alex, ich werde dieses Jahr lernen, mir nächstes Jahr ein Haus zu kaufen. Was? Das habe ich gesagt, dieses Jahr lerne ich das. Ja. Und weil immer, also ich habe so viele, so viele Menschen um mich rum, die Häuser bauen, dass ich mir gesagt habe, fuck my life, du bist jetzt schon 36, du bist schon mit einer der Ältesten hier. Summe mal, summe mal den inneren Schwaben. Ich habe letztens, habe ich Alex auf der Couch gelegen und habe Fernsehen geguckt. und ich habe nur einen 40 Zoll-Fern, nur in Anführungsstrichen, sehr scheiß Boxen und man versteht kaum was und der ist halt gefühlt fünf Meter weit weg und 45 Zoll, habe ich ja schon mal erzählt. Und dann habe ich so abends auf der Couch gelegen und dachte mir so, Mann, 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 eigentlich könntest du dir jetzt einen Beamer kaufen und also so ein Nah-Beamer, ich weiß gar nicht gerade, wie aus dem Kopf der heißt und eine schöne Soundbar. Könntest du ja mal gönnen für dich selber. Und dann habe ich das in meinem Warenkorb, habe das auch gefunden und dann stand da 1200 schieß mich tot Euro. Und dann habe ich die App nach oben geswiped, habe das weggemacht, habe gesagt, wofür? Ne, nur für dreimal Fernsehen gucken, ja, wäre schön, aber nö, das kannst du irgendwann machen, wenn du im Haus bist, die finale Form. Und dann habe ich 1000 Euro gespart. Ja, hast du 1000 Euro gespart oder hast du 1000 Euro nicht ausgegeben? Also Sparen kommt irgendwie ja nicht davon, dass du deine Entscheidung gewechselt hast, sondern Sparen kommt auch eher dafür, du musst x Geld ausgeben und jetzt, wenn du etwas umstellst, sparst du Summe x oder Summe y dann, weil du etwas anders machst, oder? Du meinst steuerlich oder wie? Ne, allgemein. Ich habe das Geld einfach nicht ausgegeben. Ja. Ich habe mir auch nichts anderes gekauft dafür. Aber, aber Respekt, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt bis nächstes Jahr sparst, um dir dann ein Haus zu kaufen, also, ne, dann muss ja laufen, ne? Was heißt, muss ja laufen. Wieso? Ne, aber du musst ja einen Kredit anzahlen. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn du, also ein Haus, bar, bar oder gleich voll bezahlen, ist ja dumm. Dein Geld muss ja arbeiten. Ich muss ja immer so an Monte denken, so von wegen so, ja, und dann, ja, weiß ich nicht, ob ich das so sagen will, ich habe lange überlegt und so, ne? Ja, und, weiß ich nicht, also, das, was ich mir da angeguckt habe, ne? Also, sagen wir mal, wie es ist, ich habe da jetzt anderthalb Millionen für ausgegeben und das ist halt so. Das ist schon krass. Ja, also, bei ihm läuft das auch über, über Bankfinanzierung. Ist ja auch dumm, weil Geld muss ja arbeiten. So, warum willst du anderthalb Millionen wegballern, wenn du mit anderthalb Millionen, keine Ahnung, noch andere Sachen machen kannst? Naja, gut, bei einer Hausfinanzierung, gefährliches Halbwissen, ich habe mich da nie mit beschäftigt, würde ich denken, dass, wenn du viel selbst bezahlen kannst, zahlst du halt nicht über einen langen Zeitraum, um der Bank super viel. Ich könnte mir vorstellen, dass je nach Finanzierungsmethode, Dauer und Zinsen und den ganzen Scheiß, bezahlt man halt auch einen großen Teil nur noch an die Bank, an Kohle, die du dir dann sparen kannst. Aber, wie gesagt, nie mit beschäftigt, weil, kommt für mich wahrscheinlich nie in die Frage. Wenn du 20 Jahre zurückzahlst, kannst du 20 Jahre lang, kannst du 20 Jahre lang das Geld nehmen und andere Sachen sinnvoll damit machen. Also, das Geld arbeitet ja quasi. Du kannst damit arbeiten, es ist nicht weg. Wenn du jetzt anderthalb, sagen wir mal, du hast anderthalb Millionen und willst dir ein Haus bauen für eine Million, dann wäre es ja sinnvoller, wenn du sagst, du bezahlst jeden Monat, weiß ich nicht, tausend und kannst aber mit den 999.000 anderen Euronen was anderes machen. Ja klar, 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 klar. Sinnvoll. Damit kannst du mit den 999.000 kannst du wieder noch mehr Geld verdienen, quasi. Deswegen lässt man ja Geld arbeiten. Also, wenn man, ja, nee, erzähl, erzähl. Wenn man, wenn du dir jetzt halt, sagen wir mal, du gewinnst eine Million im Lotto, dann kannst du dir alles mögliche kaufen, was du willst, weiß nicht, einen fetten Porsche oder was weiß der Geier, das sinnvollste, was du halt machen kannst, für, für, für die Mille, du versuchst dir irgendwie Eigentum zu kaufen, vermiedest die Scheiße und verdienst halt auf Dauer viel mehr Geld damit. So, und dann könntest du halt auch sagen, du nimmst eine Anzahlung, nimmst einen Kredit auf und zahlst das, äh, monatlich zahlst du halt deinen Kredit ab mit den Einnahmen durch die Miete und hast dann immer noch Geld übrig. Menschen benutzen halt ihr Geld nicht sinnvoll. Manchmal. Deswegen, ich wollte mir eigentlich auch immer, ich hab immer gesagt, ich möchte mit 40, ich möchte mir eigentlich ein Haus kaufen. Also, direkt bar, Cash weg, so ist mein Ding. Aber am Ende ist es halt voll bescheuert, weil du kannst mit dem Geld, was du behältst und mehr Geld verdienen und das andere bezahlt sich von alleine. Weil sie es halt von alleine bezahlt. Letztens erst in einem Video von Leines Tech Tips, in dem er über so einen modularen Laptop spricht, das sie mal reviewed haben und dann hat er auch Geld in diese Firma investiert, haben die das mal richtig schön aufgedröselt, warum Firmen, denen es eigentlich gut geht, trotzdem Investoren brauchen, die in ihre Firma investieren, damit sie halt mehr Geld umsetzen und mehr Geld verdienen können. Ich hab mir da, auch da, ich hab früher, als ich so angefangen bin, selbstständig zu sein, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, hab ich auch eher so die Idee gehabt, zu finden, ja, wenn ich 1000 Euro habe und kann damit arbeiten, dann ist das ja schön und gut. Aber anhand von diesem Beispiel mit diesen Laptops wurde dann halt ganz einfach aufgezeigt, pass auf, du hast diesen Cashflow und du musst aber die Firma bezahlen, die diese Geräte für dich herstellt, beziehungsweise die ganzen Teile und du hast einen festen Kostenblock von deinen Leuten und Lagerhaltung und alles, was so anfällt, so weiter und so fort und am Ende des Tages musst du dann die Geräte vorab bezahlen, dann kommen sie zu dir, dann musst du sie verkaufen, in dem Moment hast du wieder das Geld und dann geht das Spiel wieder von vorne los und so ist das halt, du hast immer eine gewisse Zeitspanne, die du abwarten musst, aber hast du Investoren, die dir quasi das Geld geben, bist du kontinuierlich liquide und kannst immer die ganze Zeit arbeiten, sei es für Marketing, sei es für was auch immer und du hast sofort alles so direkt immer am Start. Habe ich mir ehrlich gesagt, ich habe kein BWL studiert, ich habe keinen Uniabschluss gemacht in dem Bereich, also Fachhochschulreife war so mein Marktmaximum, was ich bisher besucht habe und da habe ich mir ehrlich gesagt auch so die Sachen so versucht, alles immer nur selber beizubringen und ich bin auch nicht in der Situation, dass ich mir jetzt denke so, hm, wen finde ich, der jetzt in meinen Stream Geld investiert, weil das ist der falsche Ansatz, weißt du, brauche ich nicht. Also ich hätte schon gern so zwei, drei Sugar Deadlies jeden Monat, hätte ich gern. Ja, aber du verstehst, was ich meine, du hast deine, als Stream hast du deine Hardware und wenn du jetzt nicht ein Format hast, bei dem du jeden Monat, sagen wir mal 5000 Euro brauchst, um irgendwas zu kaufen, was du dann immer wieder neu brauchst, weil darauf basiert dein Stream und wenn du nicht 5000 einnimmst, gehst du schnell pleite, dann hast du dieses Problem mit dem Auf und Ab nicht. Auf alle Sugar Deadlies und Mamis habe ich auch kein Problem, also das hätte ich auch gern. Wer hätte sie nicht gerne? Ja, klar. Wer hätte sie nicht gerne? Ich möchte ja eigentlich mit dir über die neuen MacBooks reden, aber das machen wir nicht, sonst heißt es nachher wieder, Dizzy ist ein Apple-Jünger. Nee, pass auf, pass auf. Wir haben gestern ja ein minimales Vorgespräch gehabt, in dem wir gesagt haben, sollen wir so weitermachen? Heute Morgen. Heute Morgen, ja, Entschuldigung, ich war nicht. Heute Morgen haben wir ein Vorgespräch gehabt. Nicht gestern, heute Morgen. Stimmt, 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 stimmt. Und in dem Vorgespräch kamen wir ungefähr so raus, also die Kurzform war so, ey, sollen wir das so weitermachen wie bisher? War ja eigentlich ganz cool. Ja. Ja, mach mal. Also die Kurzform. So, und da habe ich ja schon gesagt, ich habe mir nur ein Video angeschaut von, wie heißt der, Spiel und Zeug. Und also, wenn man sich das Video anguckt, dann hat, das ist die Ultra-Kurzform, was alles vorgestellt wurde, ganz einfach runtergebrochen. Die neuen CPUs sind schneller, effizienter, besser, sagt Apple, wenn die Geräte auf dem Markt sind und ein paar Leute das bestätigen, cool, habt ihr toll gemacht, Apple. Und der Rest interessiert schon fast gar keinen mehr. Also Apple ist da wohl offensichtlich auf einem guten Weg, was so die, das eigenproduzierte Hardware-Ding angeht. und das so umzusetzen, dass es für sie noch besser funktioniert. Oder du kannst mir gerne was dazu erzählen, ich höre gerne zu. Ich gucke gerade mir die Preise einfach nur an, die so aufgerufen werden für so eine Maschine. Das ist schon ein Happi-Schnappi, ne? 2249 Euro für die kleinste 14-Zoll-Maschine. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein MacBook Pro, ich glaube, das sind 16 Zoll, ne? Ja, das sind 16 Zoll. Ja, und es wird sich darüber lustig gemacht, dass der Putzlappen, das Mikrofasertuch von Apple soll 25 Euro kosten. Oh, das wäre ja Wucher. Naja, surprise, surprise, wenn du ein qualitativ hochwertiges, weil da gibt es auch starke Unterschiede, ein Mikrofasertuch kaufst, da zahlst du auch mal 20 Euro im Handel, ne? Also, auf der einen Seite für einen Monitorhalter 1000 Euro aufzurufen, das finde ich auch schwierig, ja, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, aber für so ein Deluxe-Brillensputzuch 25 aufzurufen, ja gut, das ist halt Apple, ne? 2749 Euro, Alter. Ich habe echt überlegt, ob ich mir einen neuen hole, weil meins schon wirklich sehr alt ist mittlerweile. Boah, aber... Da bin ich raus. Ja, Menschen regen sich immer über Apple auf. Aber ich habe ja letztens schon mal drüber gesprochen. Das ist... Ich meine, die werden das Rad auch nicht mehr neu erfinden. Also auch iPhone 13 wird jetzt nicht mehr so viel krasser sein und die Apple Watch wird auch nicht mehr viel krasser sein. Die E-Pods werden nicht unbedingt krasser sein. Das ist halt so, wenn die meisten vier Jahre, also erste Generation Apple Watch haben und sich dann eine holen oder so, für die Leute ist das halt was. Aber jedes Jahr irgendwie was richtig krasses. Das sind halt nur noch Nuancen, die sich da großartig verändern. Wobei die M1-Geschichte, die Apple da gemacht hat, die war, die ist schon ziemlich sick. Also das... Alle paar Jahre machst du halt mal einen großen Sprung. So, und ansonsten Nuancen, wie du schon sagst, na hier ein bisschen, da ein bisschen. So, und wir müssen gar nicht drüber reden. Die aktuelle Generation, egal ob wir jetzt über Apple reden oder auch über die Ultrabooks und andere kleine Kisten, die außerhalb vom Apple-Universum, die existieren, dass man da, wenn man möchte und nicht so ein Allround-Gerät bauen möchte, sondern etwas, was einen bestimmten Zweck hat, dass man da auch super lange Akkulaufzeiten mit haben kann. Oder wie jetzt in dem Fall von Apple, dass man halt ein sehr, sehr effizientes Arbeitstier hat, was halt sehr gut encoden kann, sehr gut arbeiten kann und trotzdem unabhängig vom Strom super lange existieren kann. Finde ich krass. Finde ich wirklich krass. Und das so mal eben, was war das? Die kleine Version von dem Ding kann, soweit ich weiß, zwei 4K-Geräte, also Monitore dran haben, plus so und so viel Zoll Fernseher. Er hatte das gesagt, ich habe das schon wieder nicht mitbekommen. Und die größere Version kann sogar drei Monitore darüber mal anbinden, und zwar Wireless. Dass das überhaupt machbar ist, ist schon ultra krass. Also ich finde das von der technischen Seite her sehr, sehr spannend. Ich bin nach wie vor kein Apple-User und werde es auch nicht werden, aber so von außen zuschauen und für Menschen, die diesen Anwendungsgrad haben und nicht mal eben, nur weil es der neue heiße Shit ist, sofort wieder upgraden und die Kohle rausschmeißen müssen, finde ich das schon super. Keine Frage. Aber meins ist es halt nicht. Also ich sehe gerade, sie haben auch wieder mehr Peripherie-Ports angebaut. Jetzt ist HDMI dran, Kartenlesegerät, dreimal Thunderbolt, Kopfhöreranschluss und MagSafe. Fuck my life, geil. Und wo es mir gerade einfällt, von den neuen Earpods ist jetzt das Ladecase auch induktiv ladbar. War vorher auch schon. Wurde in dem Video nochmal so genannt. Finde ich eigentlich auch witzig. Und dann war so die Anmerkung von ihm aus dem Video war so, naja, wahrscheinlich wird Apple, bevor sie auf USB-C irgendwie eingehen oder umsteigen, werden sie den Port wahrscheinlich einfach komplett wegdegradieren. Und du kannst es halt nur noch kabellos nutzen und laden. Das wird auch passieren. Das wird definitiv passieren, ja. Ach, Touchball gibt es auch nicht mehr, genau. Ja, mega geil. Die neue Tastatur, also es geht wieder so in die alte Richtung. Also die Version davor. Geil. Finde ich gut. Da werde ich wahrscheinlich mein altes auch verkaufen und mir nochmal neues holen. Also auch der Lightning wird verschwinden, wenn das, ich glaube Apple muss da gewisse, gewisse, nicht Alimente, aber die müssen dafür was bezahlen. Deswegen ist das noch drin und wurde noch nicht gewechselt. Der Lightning Port. Der kommt aber auch weg. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Apple wahrscheinlich das erste Telefon rausbringt, wo kein Kabel mehr reinkommt. Bin ich mir sehr sicher. Also wenn nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr auf jeden Fall. Das kommt weg. Ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Wir werden sehen. Ja. Mich wundert es aber, dass das, dass das MacBook wieder mehr, mehr Ports hat. Das finde ich krass. Das finde ich crazy. Ja gut, wenn es am Ende des Tages ein Gerät für Menschen sind, die Sachen anschließen wollen und müssen. Aber Alter, 2700 Flöten, Junge, ist schon... Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist denn das alte MacBook Pro gewesen? Ist das 16, 15? Es war 15 Zoll, glaube ich, ne? Da bin ich komplett raus. Das wissen Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja, dafür habe ich damals 2200 bezahlt. Das weiß ich noch. EU-Richtlinie sagt, in zwei Jahren müssen alle Handys auf USB-C sein. Sagt das die Richtlinie? Ich weiß es gar nicht. Genau. Und Apple dann so, mhm, kein Problem. Oder gar kein Port. Ist so, es wird so passieren. Also, mark my words, es wird passieren. Auch wenn Leute das wieder, äh, ähm, auch wenn Leute das wieder nicht mögen. Es wird kommen. Wireless wird die, wird die Zukunft sein, so. Und das wird so passieren. Er sagt, nicht USB-C, sondern ein Kabel, das der Industrie als Standard festgelegt wird. Hm. Naja, hat, 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 hat die EU nicht schon mal versucht, das durchzudrücken und es muss einheitlich sein und, und dann, dann war das Schlumpfloch irgendwie, naja, es gibt einen Adapter. So, ne, wir haben, wir haben trotzdem Lightning-Port weiter benutzt. Am Ende, also, äh, hast du dir den Billion-Dollar-Code angeguckt bei Netflix? Ne, hab ich noch nicht. Oh. Steht auf meiner Watchlist. Oh, da solltest du auch mal richtig rein diven. Oh. Junge, 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 Junge. Na gut. Soll ich kurz anreisen? Ja, bitte. Also, da sind zwei Boys, äh, die sich gefunden haben, die, äh, 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 Terra X entwickelt haben. Das ist 1900, in den 90er, Google Maps gewesen. Also, die haben 1990, in den 90 Google Maps schon, quasi, entwickelt, was für den damaligen Standard nicht ging. Und das wurde irgendwann durch eine, äh, Messe in Japan so publik, dass das ein Ami mitgekriegt hat und dann haben die sich getroffen, dann haben die sich gegenseitig eingeladen und ein bisschen gezirzt und der Ami hat einfach kackend reist deren Algorithmus geklaut und hat 2000 irgendwann schieß mich tot genau dieselbe Scheiße rausgebracht und das aber dann unter Google und das ist dann super populär geworden. Und der hat quasi von denen das einfach geklaut. und der Typ, der das geschrieben hat, ist einfach ein, ja, ich sag's mal, ein Genie gewesen, weil der halt mit viel weniger Power, die der andere hatte, das damals schon geschafft hat. Und dann haben die versucht, ähm, Google zu verklagen in Amerika, das hat 10 Millionen gekostet, glaube ich, das Gerichtsverfahren oder irgendwie, ähm, und die haben verloren. Die haben einfach knallhart verloren und Google hat mit, äh, Google Maps äh, Milliarden verdient. Ich glaube, 700 Milliarden war eins. 700 Milliarden haben die, äh, verdient mit den Datensätzen der Menschen, die Google benutzen. Obwohl es for free ist. Alter Verwalter, Junge, Junge, Junge. Und das ist halt bei den ganzen großen Unternehmen, ist das halt gang und gäbe. Das war ja bei dem, äh, beim iPhone damals mit dem Gorilla-Display, ich weiß nicht, ob sich da jemand noch dran erinnert, den haben sie ja einfach geklaut von einer kleinen Firma. Den haben sie nicht aufgekauft und es ist halt gängige Praxis für große Firmen, äh, große Firmen, äh, mit denen so zusammenzuarbeiten, dass sie die Patente von denen abkaufen wollen, in der mündlichen, äh, Absprache das so machen, dass sie, keine Ahnung, irgendwie 5 Millionen bieten, die anderen das aber nicht annehmen, äh, und ablehnen sozusagen, aber das steht dann im Raum, ähm, ähm, das steht dann quasi im Raum und, äh, vor Gericht kannst du durch diese mündliche Absprache aber nicht mehr Geld rausholen, weil diese mündliche Absprache quasi vorhanden war und dementsprechend will keiner vor Gericht gehen, weil Patent, ähm, äh, weil Patent, äh, Gerichtsverhandlungen 10 Millionen, äh, 10 Millionen, äh, Dollar kosten quasi. Das ist ein richtig abgefucktes System, Alter, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und das war bei dem, bei dem Gorilla-Display damals bei einem iPhone auch so, das haben die, glaube ich, von einer, äh, ich will nicht mich richtig hinsinne, von einer schottischen Firma geklaut und die konnten auch nicht dagegen klagen, weil es halt einfach dieses mündliche Agreement gab. Das ist super abgesprayst, das muss, also Million-Dollar-Code oder Billion-Dollar-Code müsst ihr euch mal ansehen. Das, na, pfff. Ich schau's mir mal an. Das ist richtig crazy, das sind, glaube ich, sieben Folgen oder so. Total insane. Ich hab von dem anderen auch nie was gehört, also Terra, äh, Terra-X, glaube ich, heißt das. Ich hatte gesagt, Terra-Vision. Oh, Terra-Vision, Entschuldigung, Terra-Vision, Verzeihung, Terra-X ist was anderes, aber Terra-Vision. Ja, pass auf, wenn, bevor es, Google Maps gab und bevor es sowas wie überhaupt Navigation gab, was hast du da gemacht? Du hast den Falk Online Routenplaner aufgerufen früher, da gab es so zwei, drei verschiedene Sachen, aber Falk war, glaube ich, zu der Zeit so der Größte. Dann hast du dir angeguckt, wie komme ich von Hamburg nach Nürnberg? Hast du das fucking ausgedruckt und dann hast du auf deinem Beifahrersitz diese Blätter gehabt, zuvor hängen, ah, die A7 bis da und da, keine Ahnung, die A so und so bis da und da hin und dann müssen wir auf das und das Kreuz ja, ist klar. Dann bist du bis dahin gefahren und ich meine, wer hat das denn damals nicht gemacht, so, oder? Ja, das war, also das war total, also es war wirklich bahnbrechend, was sie, was sie da geschafft haben. Das war wirklich crazy. Ja, aber so, so große Sprünge, die passieren halt nicht so häufig und jetzt nicht mehr so häufig. So, es wird immer wieder irgendwas geben, aber, ja, ich meine, das Thema Quantencomputer ist ja auch schon seit geraumer Zeit in der Pipeline und da wird immer mal wieder was gezeigt und ich, da bin ich auch nicht up to date, aber das könnte nochmal spannend werden die nächsten Jahre, ne? Vier Folgen Miniserie ist aber Google Earth und nicht Maps. Wie gesagt, gucke ich mir nochmal an. Ja, Maps ist daraus resultiert am Ende. Also, Maps ist ja aus, am Ende des Tages ist Google Maps auch gleichzeitig Google Earth. Also, der Wandel, du kannst ja heute auch bei Google Maps kannst du dir auch einen ganzen Planeten angucken, wenn du rauszoomst. Das ist quasi irgendwann gemerged. Und da ging's ja, also, sie haben sich ja zu der Zeit auch schon darüber unterhalten über Routenführung und wie komme ich zu Restaurants und so weiter und so fort. Also, das, was gemacht wurde, haben die dort halt auch schon besprochen. Ich sag einfach nur Google Maps, weil wir halt Maps heutzutage benutzen. Das ist richtig, richtig crazy. Ey, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gesehen habe. Ich so, hä? Google Maps war nicht der erste oder die erste? Und ich hab das halt studiert. Also, ich hab Kartografie studiert und das ist völlig an mir, also, das ist wirklich an mir komplett vorbeigegangen, dass es die Scheiße in den 90ern schon gegeben hat. In der Form. Krass. Krass, 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 krass. Und wenn man sich das da mal, wenn man sich das mal dort anschaut, mit was für einer Rechenpower, die das, äh, was die, was die für eine Rechenpower nur zur Verfügung hatten, dann frag dich mal, hätten die die Rechenpower von heute, was da alles gehen würde. Du kannst auf ein scheiß Telefon, kannst du das alles mittlerweile machen. Das ist insane. Die mussten halt für, ich weiß gar nicht, ich glaub, eine Million D-Mark mussten sie sich einen PC kaufen, der das grafisch darstellen kann. Eine Million D-Mark. Wir können die Scheiße heute auf dem Handy machen. Wer braucht, also jetzt mal wirklich, wer braucht heute noch ein Navigationssystem außer LKW-Fahrer, die es halt wirklich was Spezielles brauchen. Oder du hast ein Wohnmobil, was riesig groß ist. Ja? Also wo du, weil das geht halt über, äh, Apple Maps, Apple Karten oder wie auch immer, wie die Scheiße nennen wollen. Und Google Maps geht das halt einfach nicht. Du meinst, ähm, spezielle, ähm, also, ähm, fachbezogene Navigation. Ja, genau. Ja, okay. Ja, gut. Da bin ich jetzt aufgrund der, äh, meiner Nicht-Tätigkeit im Außenbereich, äh, oder mit speziellen Fahrzeugen natürlich nicht der beste Ansprechpartner. Aber ich glaube schon, dass so, so die ein oder andere Navigationsgeräte, Garmin zum Beispiel, war ja früher auch ganz groß in Navigationsgeräten drin und die wird es bis heute geben, weil es die auch für Bootsführer und so weiter gibt. Dann hast du halt kein, kein Navigationsgerät, mit dem du die Straßen, äh, befährst, sondern halt eben die Wasserstraßen. So, und dann, ne, dann, also ich kenne das noch von meinem letzten Chef damals, der hat sich dann aus Spaß, weil er, das war so sein Hobby, hat er sich so ein, so ein, so ein Boot, was er so gerade eben noch transportieren konnte, ähm, quasi umgebaut, umgerüstet, whatever. und, äh, dann, dann musste er irgendwo, ich glaube, zu irgendeinem, im Flughafen ist er hingefahren, weil er da, weil da ein Geschäft war, aber da konnte er ein Garmin-Gerät irgendwie als Vorführgerät total, also billiger kaufen, so, und das wurde dann eingerichtet und das, ach, grande Katastrophe und, äh, ich weiß nicht, ach, richtig, genau, die grande Katastrophe war, das Gerät war top, aber es gab keine Halterung dafür, für sein Boot. Und heute würde man wahrscheinlich sagen, so, ah, da druck ich dir mal eben kurz, was sind drei Dinge. Aber, aber zu der Zeit war das, Herzinfarkt, so, ne? Plus schlechte Akkulaufzeit und weiß der geil was. Aber ich glaube, solche, solche spezifischen Navi-Geräte wird's, wird quasi die Anwendungsanforderung wird's immer geben, wie du schon sagtest, sei es LKW, sei es dies. Wird's bei Google auch geben. Die werden, das Ding ist halt, die sind, die, äh, die werden das halt komplett übernehmen, das Ding, weil sie die Datensätze halt für richtig viel Taster loswerden. Ja, klar, klar. Also, ich hatte damals Navigon, ein TomTom, ich weiß aber nicht, welche Reihenfolge. Navigon und TomTom hab ich gehabt und zu der Zeit war das undenkbar, dass man über einen Datentarif von einem Handy diese Daten austauscht und ein paar Megabyte, ein paar hundert Megabyte im schlimmsten Fall irgendwie an Daten über deinen Tarif ziehst, weil du damit deine Navigation machst. Und da haben das die Amis zu der Zeit schon, in Anführungszeichen, schon vorgemacht und da war Google Maps auch schon weiter verbreitet und schon viel besser als Produkt irgendwie. Das müsste so die erste Google Nexus-Reihe noch gewesen sein, die es gab als Handys, und als dann die etwas besseren Datentarife hier rauskamen und man das hier so gemacht hat, ich hab einen Kollegen gehabt, der hat bei Navigon gearbeitet, in Hamburg. Und die hatten mega Angst, also in den Gesprächen, die man so mitgekriegt hat, so die Geschäftsführung, die wussten genau, was denen blüht, also die wussten genau, das Geschäft läuft nicht ewig lange so weiter. Weil zu der Zeit, was hast du früher gemacht? Du hast dir halt bei Medion hast du dir so Navi geholt und im Internet konntest du das als B-Ware dann auch kaufen. Da hast du so ein blödes Navi geholt und davor die Leute, die haben sich ein PDA geholt. Weißt du noch, was ein PDA war? Ja, ja. So ein blödes kleines Gerät und da konntest du für das PDA eine USB-Maus oder ein USB, Quatsch, USB, ein GPS-Gerät holen, die konnte man über verschiedene Anschlüsse an die PDAs wiederum anschließen. Das hab ich auch noch gemacht früher, weil ich das cool fand. Du warst ortsungebunden, du brauchst nicht mehr den fetten, ich hab's vorhin im Chat gelesen, der ADAC-Atlas hab ich nie benutzt. Also ganz am Anfang, meine allerersten, ich bin mal weiter weg unterwegs, da hab ich auch so ein Atlas gehabt. Oder als wir oben bis nach Islan mit dem Auto gefahren sind, als die Navigation noch nicht so weit war, da haben wir auch einen fetten Auto-Atlas gehabt. Und dann saßt du da den Beifahrer Alex, wo sind wir? Sind wir jetzt diese Straße gefahren oder die, die 300 Kilometer weiter da ist? Das war schon schwierig. Mein Chat sagt, im professionellen Umfeld, Schifffahrt, Flugzeugespeditionen sind Garmin und Magellan noch immer gefragt. Ja, ist auch so. Wird aber auch, wird aber auch wegkommen, denke ich. Ja, früher oder später wird das geschoben. Benutzt du Apple-Karten oder Google Maps? Ne, Apple-Karten. Funktioniert das für dich? Ja. Cool. Funktioniert großartig, ja. Ich mach das halt wegen der Uhr, weil meine Uhr dann immer Sip-Sip macht, wenn ich irgendwo runterfahren muss. Das heißt, ich muss nicht aufs Telefon gucken. Und halt wieder, ich hab halt alles an einem Flag und das funktioniert halt. Klar. Ich fand damals auch eine cool, eine Funktion von Google Maps, dass man sich Karten, Ausschnitte oder ganze Länder, ganze Bereiche schon auf dem Handy speichern konnte. Fährst in Urlaub und hast trotzdem Offline-Navigation, obwohl dein Gerät gar nicht online ist. Das fand ich schon cool, aber das war damals noch so irgendwie gefühlt buggy. Du bist dann in dem Land, hast die Karte vorher runtergeladen, aber hast keine Online-Verbindung, also kannst du nicht abfragen von vorne, also irgendwie, bei mir hat das nicht so gut geklappt. Und heute ist es halt nur noch, um Daten zu sparen. Wenn du im WLAN bist, dass du sagen kannst, hier, die Karte soll schon mal gezogen werden, so, ja, was kostet die Welt, ne, Handspeicher und gib ihm. Fand ich ganz gut. Dann werden quasi ja nur die Echtzeitdaten gezogen. Ich warte auch eigentlich nur darauf, dass Autonavis letztendlich mal so funktionieren. Ich denke mal, in den ganz neuen Generationen wird das so funktionieren, aber bei meinem musste ich noch eine SD-Karte reinstecken und der ist von Baujahr 2018. Das kriegst du bei den neuen gar nicht mehr mit. Aber, ähm. Das war so witzig. Ich das Auto habe geholt auf dem Autohof, 0, also da waren drei Kilometer drauf, nur das Gängige, was halt so hin und her gefahren ist. Und ich so, geil, Alter, Führerschein, schönes Auto, alles geil, Junge, gleich mal in der Mitte auf die Konsole gedreht. Navi geht nicht. Ich so, wah? Das Ding ist doch voll ausgestattet. What the fuck? Das geht nicht. Handy angemacht, erste Tour mit dem Dings gefahren, mit dem Handy. Und dann, wochenlang habe ich mir gedacht, ach scheiße, haben die einfach vergessen zu installieren, war wohl extra Paket oder irgendein Bullshit, was man dann halt so denkt. Und irgendwann mache ich halt so das Heft auf, wo Fahrzeugbuch und so eine Scheiße drinnen ist und dann hängt vorne eine SD-Karte drin. Ich so, was ist das denn? Oh. Ich das mitgenommen, ins Auto gegangen, Armlehne aufgemacht, wo USB ist, habe ich schon alles verbaut, Handylader, alles so und denke mir dann so, oh. Da muss eine SD-Karte rein. Ich das reingesteckt, oh, ich habe ja ein Navigationsgerät. Ah, ist doch kein extra Feature gewesen. Ey, ich habe mich so bepisst vor Lachen, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Es war großartig. Wer hat denn jetzt eine scheiß Motte im Bad? Ich oder, äh, oder wer? Irgendeiner von uns beiden hat eine Motte im Bad. Wer ist denn das jetzt? Ich habe eine Stelle, da habe ich so zwei, drei weiße Haare hier und das sieht so aus, ob ich da so einen Kaffeefleck oder sowas habe. ne, da so. Oh, ich fummel mir die ganze Zeit im Bad rum und denke mir, was denn für eine Motte jetzt? Also bei mir sind das graue Haare und ich habe sie noch nicht rausgerissen. Auf meinem Kopf? Auf wem? Ach so, deswegen seid ihr beide hier so wild oder was? Ja, die Katzen fressen das schon auf, wenn die bei mir war. Ja. Also ich hatte nie ein Navigationsgerät, das war mir auch immer ein Pain in the Ass, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt irgendwie. Also diese Navis hatte ich und ich war dann auch sehr dankbar, als es dann über die, über das Handy irgendwie alles ging und wie man dann so als Power-User ist, dann hast du irgendwie drei, vier Anwendungen, die gleichzeitig über das Handy laufen und die Geräte damals waren ja noch vergleichsweise mit heute noch sehr schwach von den Handys. Die waren schnell, keine Ahnung, aber die waren, waren natürlich trotzdem vergleichsweise schwach und wenn du dann irgendwie drei Sachen gleichzeitig gemacht hast, so, ist halt doof, wenn du mitten durch den Elbtunnel fährst und auf einmal sagt das Handy so, nö, ich bin jetzt überhitzt. Gut, im Elbtunnel jetzt vielleicht nicht, aber you get the point, weißt du, fährst auf der Autobahn und auf einmal stürzt die Navigation ab und das Handy sagt, ich bin überhitzt, mach mich aus. Nicht so cool. Das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, mir ist noch nie ein Handy hops gegangen. Also hops nicht, aber wegen Überhitzung, ne? Navi im Auto, Steuerung direkt rein, wie die Videoprogrammierung. Ich fand die Auto... Sag mal, Jim, benutzt du eigentlich keine OBS Ninja mehr, oder? Warum? Also du siehst gerade deine Canvas-Rip. Wir werfen da mal kurz einen Blick da rein. Ja, irgendwas ist heute irgendwie buggy. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist voll Rip? Also, du kannst es einmal, also ich, du kannst es einmal, einmal neu starten, einmal ausmachen, einmal aufmachen, die Quelle. Ja? Ja, habe ich heute. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, jetzt geht's wieder. Hast du das bei mir auch? Ich habe das schon öfter bei Leuten gesehen, die OBS Ninja benutzt haben. OBS Ninja hat auch ihre Domain geändert, und zwar auf, oder es gibt eine neue, Video Ninja, und da kann man auch Räume erstellen und ein bisschen was anderes machen. Ich denke, das ist derselbe Shit, und vielleicht kommt da auch dieser Bug her, oder dieser Fehler her, dass ich vorhin diese Kondierungsüberlastung hatte, aber das habe ich mir nicht näher angeguckt. Das ist mir heute, das ist mir gerade erst direkt vorm Stream aufgefallen. Also das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Ich habe gerade Zukunft in meinen Augen. Wir müssen es bald bezahlen. It's gonna happen. Trust me, auch hier mark my words. Ich kann in die Zukunft gucken. Ja, das ist gut möglich, ja. Ich wollte gerade sagen, noch als Abschluss zu dem Navi-Scheiß, ich fand das immer schwierig, sich auf die Lösung von den Herstellern da einzuschießen. Weißt du, hast du da so einen Scheiß-Drehknopf links, rechts und Knopf drücken, so von wegen, wo wollen sie hin? B-Klopf, E-Knopf, R-Knopf, oh, Berlin. Dreh, 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 klick, 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 Berlin. An welcher Adresse nochmal? Boah, das hat mich, das hat mich, ich meine kurz, Sie müssen zufällig nochmal die Postleitzahl bestätigen. Es tut uns leid, aber geben Sie bitte nochmal die Postleitzahl ein. Dreh. Das hat mich so getriggert, wenn mir jemand gesagt hat, wo ich hinfahren muss und hat dann immer nur den Namen der Stadt gesagt und die Straße und so weiter. Ich hab immer gesagt, gebt mir doch bitte die Postleitzahl. Darüber findet man das sofort. Dann weiß das Navi auch, wo ich hin muss und nicht irgendwie, ja, ich muss nach Tonsdorf. Ja, gut. Adresse nicht gefunden. Ja, auch absolute Erfahrung. Deswegen benutze ich auch keine Autonavis. Absolut, also, nee, alles immer auf dem Telefon. Weil das einfach ein Pain in the Ass ist, so ein Autonavi. Also, hier auch wieder gefährliches Halbwissen, auch wieder aus irgendwelchen Videos aufgeschnappt. Die Autohersteller haben irgendwie jetzt doch nicht mehr so Bock auf diese Carplay-Auto, Android-Auto-Geschichte irgendwie, ne? Also, da soll wohl doch mehr in Richtung lieber was Eigenes dann gemacht werden. Wie gut das funktioniert, haben wir ja in der Vergangenheit immer schon mal gesehen bei anderen Geräten oder Technologien. Naja. Ja, ich freu mich auch drauf. Mein nächstes hat das erste Mal hier Integration von Apple. Mein jetziges hat das leider nicht. Freu ich mich wirklich sehr drauf. Du meinst Carplay? Ja, Carplay. Ich freu mich sehr drauf. Ich hoffe, es geht auch Wireless und nicht mit Kabel. Weil es gibt ja auch die, ja, diese Wireless Kabellos-Geschichte, die lag wohl, also bei meinem Ford lag es daran, dass, wie war denn das? nochmal gleich. Das hatte was mit dem Wireless-Band zu tun. Keine Ahnung. Also irgendwie ging das nicht aus, weil irgendwie, genau, 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 weil das ging wohl nur über 5 Gigahertz und das Modul, was von Ford verbaut war, hat nur 2,4 Gigahertz, was natürlich völlig ausreicht, wenn ich im Auto drin sitze, aber das wird dann nicht unterstützt, so, ne? Egal. Keine Ahnung. Google regelt das schon, damit sie noch mehr Daten verkaufen können. Oder Apple. Können die alle sehr gut. Daten verkaufen? Ja. Ja, du, ich glaube, mittlerweile darfst du eigentlich gar nicht mehr ins Internet gehen. Glaube ich. Also mal wirklich ernst. Ich glaube, das Internet ist schon ein Tabuland. Also wenn du jetzt nicht wirklich so ein, ich sag mal, ITler bist und weißt, wie du dich vernünftig irgendwie einigermaßen verstecken kannst. ich glaube, der Zug ist lange abgefahren. Also gerade für Leute so wie du und ich, für uns ist der Zug abgefahren. Also ich würde, ich würde wirklich meinen, wenn man Bock darauf hat, würde man Kreditkartennummer und allem möglichen Scheiß finden. Alles. Wenn sowas schon mal geleakt wurde, ja, dann sicherlich schon. Also ich meine, da jetzt ja unsere Jahreseinkommen geleakt wurden, schon, also ich meine. Ja, das mit den Leaks habe ich heute noch erst noch drüber gesprochen, weil ich mit meinem Chat so gar nicht darüber geredet hatte. Wir hatten nur gesagt, man hat ja eh nichts zu verstecken und man konnte sich ja eh schon ausrechnen. Ich weiß nicht, ob man bei dir deine Subzahlen irgendwo sieht, in irgendeiner Szene oder sowas. Ja, ja. Dann kann jeder, jeder, der einmal eins rechnen kann, konnte sich das schon mal ausrechnen, weil man ohne groß zu suchen weiß, okay, ein Affiliate verdient die Hälfte von den Subkosten mal die Subscriber und dann hast du schon ungefähr einen Wert, ja. So die Richtung. Wir haben heute ein bisschen drüber geredet, über die, wie sich so ein Einkommen dann zusammensetzt und dass das auch schwierig dann ist, wenn man sieht, der Totally Accurate hat dazu ein ganz gutes Posting gemacht, so von wegen, wie wenig dann die Top-Streamer teilweise auch verdienen im Sinne von, also wenig im Sinne von, hey, du machst halt 20, 30.000 im Jahr oder in zwei Jahren. Das ist ja nicht mein Mindestlohn, wenn man das gegenrechnen würde. Was für eine Top-Streamer? Du meinst jetzt den Leak von Twitch. Ja, ja. Den Leak. Und dazu gab es da noch mal, du konntest die ganzen Daten runterladen, habe ich nicht gemacht, war mir nicht interessiert, aber es gab noch so eine Webseite, die nannte sich, glaube ich, twitchearnings.com und da konntest du ganz bequem eingehen, Gympanze, enter und dann steht da, ja, Gympanze steht auf Platz 2200 irgendwas, 2300, I don't know. Ja, und ich habe so und so viel Geld quasi ausgezahlt bekommen, so. Und natürlich habe ich auch ein paar Namen in diese Liste eingegeben und habe mir angeguckt, so, oh, XQC, oh, Montana Black, ha, ha, so, klar, Interessant. Ich war auch 2000, Jim. Wie viel waren deine Earnings von 2019 bis 2021? Hast du ja gemerkt? Etwas über 90.000. Nur für über Twitch, schon für meine Größe, ehrlich gesagt, war ich schon überrascht. Das ist doch gut. Klar, keine Frage. Und dabei ist mir halt aufgefallen, wenn ich das an mir orientiere, wenn ich mich an meinen Zahlen orientiere, wie gesagt, das ist halt blöd zu sagen, weil man weiß ja nicht, was in dieser Zeit bei jemandem passiert ist oder nicht passiert ist. Wenn das ein Sugar, der die Zeit war, und mehrere Monate lang, da jemand voll eskaliert ist, was so Subs und so weiter angeht, dann wird das halt nach oben geschoben und, weißt du? Ja. Ja, so die Richtung. Nee, aber worauf ich hinaus wollte war, dass ich gerade voll den Faden verloren habe. Auf welchem Platz warst du denn? Weiß ich gar nicht. Ich glaube 2000 irgendwas auch. Gibt es die Seite noch? Nee, die war direkt am nächsten Tag schon noch erreichbar, aber nicht mehr abrufbar. Nee, da gibt es noch. Da gibt es noch mehr. Mehr Seiten. Aber ich war 2000 irgendwas anderes. Also ich habe 167.000 verdient. Respekt? Von 19 bis 21, ja. Es sind ja ungefähr zwei Jahre in dieser Zeitraum, in der da geleakt worden ist. Und dann kommen natürlich noch Placement Donations, nur weil es ja auch alles, was außerhalb von Twitch irgendwie damit drin ist und das lässt sich eh nicht brechen. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Natürlich habe ich in der Liste auch mal so ein bisschen geschaut und das soll jetzt kein Schwanzvergleich oder sowas sein, aber mir sind halt auch aus meiner Bubble ein paar Leute aufgefallen, die deutlich mehr Zuschauer haben als ich, aber über Twitch zumindest in dem Zeitraum weniger Umsatz hatten. Und das fand ich schon wieder interessant zu sehen, dass es einfach nicht nur plump auf die Zuschauerzahlen ankommt. Die Communities sind unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen halt einfach nur, ohne das jetzt zu werten, Content, den du, da guckst du kurz rein, aber du hast nicht so diese persönliche Bindung dazu. Und hast du eine persönliche Bindung, bist du vielleicht in manchen Fällen eher dazu geneigt, auch mal nochmal einen Taler dazulassen in irgendeiner Art und Weise. Sei es eine Donation, sei es Bits, sei es Subs oder zu verschenken oder deinen Sub zu verlängern oder sowas. Ja. Ist so meine Meinung dazu. Naja. Also ich habe in dem Zusammenhang auch meinen Jahresumsatz preisgegeben von 2019 und 2021. Hab da nichts zu verstecken. Also ich habe das sehr offen kommuniziert. Also ich meine, ich habe auch grob monatlich gesagt, deine Cam, ne? Das ist, also das wird, herzlichen Glückwunsch, wir haben wieder ein Upgrade gekriegt und es ist scheiße. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ich kann es nicht beeinflussen. Nee, ich weiß, es ist wie bei den ganzen anderen Diensten ist genau dasselbe. Deswegen sage ich ja, der Dienst wird jetzt grundsätzlich immer beschissener und irgendwann musst du dafür Geld bezahlen. Hallo Welt. Soll ich dir halt ein schöner Dienst, der nächste kann kommen, bitte. Danke. Thank you. Yes, yes. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Irgendwas wollte ich dir auch noch sagen. Okay, soll ich dir die Zahlen vorlesen? Mein Chat spammt, hat sie gerade nochmal revealed. Was? Ja. Also du warst auf Platz 1718 mit geleakten 116.632 Dollar. 116? Das ist ja auch noch besser. Ja. Okay. Und ich stehe auf Platz 2299, also knapp zwei, drei, mit 90.948. Oh. Warum machen wir die Videoübertragung nicht über Discord? Weil es scheiße ist. Richtig. Kurz und knapp ist es scheiße. Das kann man machen, das funktioniert auch, aber abgesehen von diesen Fehlern, die wir jetzt heute das erste Mal haben mit Videoninja oder Videoninja. Es ist über Discord leider nicht so schön abzugreifen. Wenn dann aus dem Call rausgeht, verschiebt sich das Bild. Du kannst es nicht einzeln abgreifen. Die Qualität kann da auch stark schwanken. Das ist... Heute ist es richtig viel bei dir. Jetzt gerade sieht es aus, wie ein Grinch. Ja, das sind diese digitalen Fehler. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch gerade Probleme mit meinem Upload oder der Link zwischen uns beiden ist nicht so da. Keine Ahnung. I don't know. Wir verdienen einfach zu wenig Geld für ordentliches Internet. Haben wir ja eben gerade jetzt gehört. Also ich meine, 90.000 Gym in zwei Jahren, was ist das denn bitte? Come on. Schämst du dich nicht? Du kannst ja schon eigentlich Zusatz verlangen. Ich nicht mehr, aber du kannst ja schon Hilfe beantragen, sag mal. So kann man noch nicht leben. Hallo, deutsche Glasfaser. Leider hat bei meinem Talk-Kollegen die Kamera bei mir geruckelt und wir glauben, das könnten Pakete aus Ihrem System sein. Bitte fixen Sie das. Ich bezahle viel Geld. Ja. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch ehrlich nichts mehr, worüber wir heute noch reden können. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, aber mir kommt nichts in den Sinn. Was noch so übrig ist. Wir müssen das jetzt auch nicht ewig lange ziehen. Mein Chat hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass Teamspeak 5.0 seit kurzem im Microsoft-Store da ist. Da wäre jetzt meine Rückfrage, ob das schon die Vollversion oder immer noch die Beta ist, weil die Beta gibt es nämlich schon länger in dem Store. Aber das gucke ich mir gerne dann nochmal demnächst an. Ach man. ein deutsches Unternehmen. Ja, haben wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten. Also ich kann, ich habe hier nur Teamspeak 3 für 2,69 Euro die App. Ja, also ohne den Hintergrund zu kennen, nicht zu wissen, welche Abläufe da klemmen oder nicht klemmen oder was nicht funktioniert hat, hat von außen betrachtet, als Anwender hat Teamspeak einfach so diesen Sprung als Discord aufgetreten, das ist einfach komplett gegen die Wand gefahren. Ja, deshalb wäre ein deutsches Unternehmen. It is what it is. Deutsche Unternehmen sind im Handwerk gut, aber alles andere ist mehr so meh. Die haben sich halt sehr lange sehr lange darauf ausgeruht, dass sie Marktführer waren und dann wurden sie halt hops genommen, weil sie sich keine Mühe gemacht haben, in der heutigen Zeit anzukommen. Maga, wenn ich deine Kamera jetzt nochmal refreshen muss, dann wäre ich wahnsinnig. Schon das vierte Mal jetzt hier. Was ist das für eine Scheiße OBS Ninja? Verdammte Scheiße. Letzte Frage für heute. Letzte Frage aus dem Chat für heute. Sehen Streamer andere Streamer als Konkurrenz oder seid ihr alle Brüder? Ja, wir sind natürlich alle, alle sind wie ihr Familie. Wir wollen nur das Beste von unseren Brüdern und Schwestern, nämlich ihr Geld und dass wir mehr haben als sie. Es kommt halt darauf an. Also ich glaube, es gibt Leute, die auch anfangen mit dem Streamen, die sehen das schon eher so als harte Konkurrenz und dann gibt es Leute, die machen das eine Zeit lang und die machen ihr eigenes Ding und die interessieren nicht, was links und rechts passiert. Und wenn es links und rechts brennt, dann schipperst du da durch und denkst dir so, jetzt eine Runde Tag auf. So halt, keine Ahnung. Meine Antwort würde übrigens sehr, also meine ist ein bisschen ausführlicher. Ja, hau raus. Als ich jünger war, habe ich schon geschaut danach und das hat mich irgendwann sehr aufgefressen. Und ich habe manchmal Dinge zu Leuten gesagt, die nicht so cool waren. und ich habe Menschen oder Content-Creator dafür verurteilt, für Dinge, die eigentlich gar nicht so waren. Mittlerweile ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Weil ich kann es nicht beeinflussen, ob Menschen bei mir gucken wollen oder nicht. Weil wenn ich charakterlich ein Pisser bin, bin ich ein Pisser. Wenn ich nicht unterhaltsam bin, bin ich nicht unterhaltsam. Wenn Menschen, weiß ich nicht, das beste Beispiel ist, wenn Menschen um 15 Uhr bei Stay einschalten wollen, dann wollen Menschen 15 Uhr bei Stay einschalten, wenn der da ist. Dann fallen bei mir halt 200, 300 Leute weg. Dann ist das halt einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht forcieren. Und ob für mich irgendjemand ein Konkurrent ist, das könnte mir nichts egaler sein. Weil ich bin mal ein eigener Chef. Und ich bin mit Neid und Missgunst kommst du eh nicht weiter. Also von daher, das frisst dann irgendwann nur auf. Und ich glaube, je älter man wird, desto weniger gibt man Fick da drauf. Hauptsache bei einem am Ende des Monats kommt so viel Geld an, dass man bezahlen kann und Sachen machen kann. Fertig. Ja. Es ist irgendwie immer wieder interessant, wie viele Leute in den Kanal kommen und rumdrucksen, wenn sie dir was erzählen wollen. so, ja, da gibt es einen Streamer, der macht das ja so und so, bla, bla, bla. Und es geht mir mega auf den Sack, dann immer nachzufragen, bei wem ist das denn? Aber Leute haben halt Angst, dass sie dafür gebannt werden, weil das könnte ja als Fremdwerbung quasi gesehen werden, ohne einen Link zu posten oder sowas. Und dann stellt sich raus, es geht um einen anderen Tag auf Streamer, der das und das in seinem Stream macht. Und den kenne ich natürlich. Und dann sage ich so, ja, das ist doch keine Fremdwerbung. Mein Gott, post hier die Links, cooler Dude, hau rein, Vollgas. Also ich finde das auch so, wenn jemand Bock hat, bei dir jetzt zuzuschauen, weil er sagt so, okay, ich war jetzt ein paar Monate beim Affen, aber der ist mir einfach zu arrogant. Hier der Typ, der die Gummis da durchknallt, der ist mir viel sympathischer. Dann guckt bitte bei Dizzy zu. Es ist halt so, der Squad-Stream ist dafür oben da. Ihr findet ihn sofort, ja, HC-Dizzy. So, das ist nicht schwer zu finden. Und jeder, der eine Kategorie benutzen kann bei Twitch, der findet halt auch jeden anderen Streamer in seinem Lieblingsspiel. Und da muss man nicht so tun, als ob man da so eine Mauer um die Community baut, dass die bloß nicht über andere Leute in deinem Discord reden, weil das ist doch Bullshit, man. Also schlecht reden ist bei mir auch nicht erlaubt. Also man darf sich nicht über andere Leute schlecht äußern, weil das halte ich für bescheuert, weil wenn man schon was Beschissenes sagt, sollte der andere wenigstens auch da sein dazu. Ja. Also gerade, wenn ich jetzt mit anderen Leuten was mache und in meinem Chat steht dann, oh Gott, Alter, auf Alex habe ich ja gar keinen Bock. Der kriegt auf jeden Fall erstmal gegenstrich eine Rasur, weil der hat einfach mal die Fresse zu halten. Das geht bei mir gar nicht. Wenn ich jemanden nicht kenne, also irgendeinen anderen Content Creator, dann finde ich das auch nicht so geil. Also letztens hat jemand einen Link reingezimmert von irgendwem und den kannte ich halt wirklich nur gar nicht. Das finde ich persönlich auch nicht so cool. Aber alles andere ist doch, das läuft doch, ist doch schön. Gemeinsam, ist immer besser als gegeneinander und bringt dir halt auch einfach viel mehr. Nur bei mir funktioniert gemeinsam nicht so gut. Meine Community mag das nicht, wenn ich mit anderen Leuten was mache. Ich laufe Leuten nicht so hinterher. Also ich weiß, dass es viel mehr bringen würde zu networken und viel miteinander zu machen. Das sieht man bei diesen Rust-Server-Projekten oder bei anderen Sachen. Dass dann auf einmal, guck dir Toro an. Das ist ein super Beispiel. Toro macht nichts anders, als er vor zwei Jahren gemacht hat. Nichts. Aber er war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat mit den richtigen Leuten rumgeshacert, ohne das, also ganz normal. Du warst auf dem Rust-Server und hast da Scheiße gemacht. Und die Zielgruppe, die hat das dann gesehen und ist zu ihm gekommen, hat ihn gefunden. Und jetzt hat er Erfolg im Sinne von, er hat deutlich mehr Zuschauer, viel, viel mehr Umsatz, so im Sinne von Erfolg halt. Ja. Und ja, sei es ihm gegönnt. Also ich meine, es ist doch schön, dass man über so einen Weg dann auch solche Zahlen dann mal erreichen kann oder mal sehen kann, so, ne? Ja. Ich finde es krass. So, und das Shit-Talken oder allgemein was negativ sprechen, das ist sowieso so eine Terms-of-Service-Geschichte von Twitch. Twitch schreibt in den Terms-of-Service, dass man halt über andere Streamer sich, du kannst dich natürlich negativ äußern im Sinne von, hey, das ist nicht mein Content, bla bla bla, das ist bei mir weder verboten noch was anderes, aber beleidigen geht gar nicht. Du kannst mich beleidigen, bin ich cool mit, sage ich dir auch zwei Sätze dazu, aber wenn du hier einen Gesprächspartner beleidigst und ich sehe das, dann gibt es halt auch einen Timeout und einen Bann, ne? Genauso wie wenn, wenn es dann darum geht. Ich muss nur, ich muss mir nur die Twitch-Clips Germany bei mir angucken, da ist Milchbaum immer drin, ich habe immer zwei, drei Leute, die sagen, Milchbaum geht gar nicht. So, und das ist dann so die Ratwaltung, wo ich sage, so, ja klar, geht gar nicht. Da denke ich mir immer, so wichtig bist du nicht, dass das irgendwen interessiert. Wie langweilig muss dein Leben sein, dass du online, in einem Chat, wo du kein Gesicht hast, jemandem erzählen musst, dass du wen kacke findest? Wie scheiße muss dein Leben sein? Überleg dir das mal. Ich kann das noch etwas drastischer beziffern. Ich folge jemandem bei Twitter, der wiederum schreibt unter anderem auch Blog-Beiträge von, in dem Fall, Elektrofahrzeugen, die er selber dann eine Zeit lang gefahren hat, die ihm zur Verfügung gestellt wurden und diese Artikel erscheinen auf der Webseite T3N, kennst du auch und das sind Elektrofahrzeuge. Das heißt also, die sind natürlich der Kritik ausgeliefert und dann finden sich in den Kommentaren immer ganz viele Menschen, die dann wiederum mit in ihren Behauptungen widerlegen, warum dieser Artikel als scheiße ist und Elektrofahrzeuge allgemein keine Daseinsberechtigung haben und das ist, wir haben uns heute mal so ein paar von diesen Kommentaren durchgelesen, da war einer bei, der war so auf einem negativen Knossi-Niveau von seinem Mitteilungsbedürfnis her, der hat sich da so richtig reingesteigert und du konntest das so beim Vorlesen richtig merken, wie sehr er eben mit jedem Satz, den er geschrieben hat, auf einer Webseite, wo man seinen Kommentar ja mal eben so löschen kann, wenn er da beleidigen würde, fand ich schon sehr lustig, ja. Wie langweilig muss dein Leben sein, ehrlich? Ja, das hab ich mir auch gedacht, so, oder? Ich mein, es ist ja schön gut, dass du dich irgendwo auskotzt, aber... Du gehst auf eine, auf einen Elektro-Auto-Block und willst Menschen erklären, dass sie doch bitte einen Verbrenner fahren sollen. Wie, verfickt nochmal Hohl in der Rübe? Es ist so, als wenn du in ein Katzenforum gehst und sagst, Hunde sind aber cooler. Genau, das ist genau der selbe Scheiß. So bescheuert, ey. Und das bei, also wirklich, ja, weiß ich nicht, also Milchbaum geht ja gar nicht. Wen zum Fick interessiert das? Keinen. Alter, ein Maul. Und jeder, und jeder, der Sonja mal außerhalb der Streaming-Bubble gesehen hat, auf einem Event oder sowas, der checkt halt irgendwie so, ach, das ist quasi nur so ein alter Ego, die spielt nur eine Rolle und die ist eine superliebe Person, so, ne? Also wirklich, du hast wahrscheinlich schon viel, viel mehr mit ihr Kontakt gehabt, als ich, aber, also das, was ich vorhin mitgekriegt habe, was soll das denn jetzt heißen? Ey, Entschuldigung, nur weil Sonja, nur weil Sonja mal heiß gekleidet auf der, äh, Dreamhack mir einen Luftkuss zuge, äh, ne? Heißt das nicht? Also bitte, Entschuldigung. So weit sind wir noch nicht. Kommi, Sonja. Was? Muss ich gerade sagen, ja. Ja, ja. Okay, soll man einen Sack für heute zumachen, damit wir uns nicht noch weitere Sachen aus den Fingern saugen müssen? Ja, können wir gerne, können wir gerne tun, ja. Hervorragend. Außer es hat noch irgendjemand eine Frage jetzt gestellt oder so. Wir wollten ja auch in Season 2 ein bisschen mehr auf den Chat eingehen. Also, das stimmt, das stimmt, das stimmt. haben wir ja heute jetzt getan. Gut, gut, das reicht für Season 2, meinst du? Naja, zwei, drei Fragen haben wir jetzt aus dem Chat genommen. Das stimmt. Ja. Dann, willst du schließen heute? Season 1? Komm, Alex, du bist, du, sonst, manchmal, wenn ich so meine Reden schwinge, untergrabe ich quasi deine Unterhaltsamkeit. Heute, Alex, möchte ich, dass du eine riesige Rede schwingst zum Ende und ich sage einfach nur was anderes. Fängst an. Warum? Ja, weil, weil, okay, dann fange ich an. Nee, okay, warte, 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 warte. Tschüss. Sehr geehrte Zuschauer, auf allen Empfangsgeräten, auf allen Plattformen, egal, ob als Podcast, ZuschauerInnen, ja, ich vergaß, also, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, sämtliche Menschen zu inkludieren. Wir sind alle gleich schlecht, manche mehr, manche weniger, ich weiß es, vielleicht. Ja, schön, dass ihr uns wieder geschaut habt. Bei uns geht es weiter. Das war die erste Folge der neuen Staffel. Wahrscheinlich werden wir wieder so um die 20 Folgen hier raushauen an illustrem Geplänkel mit Schwerpunkt Hardware und wir haben heute wirklich uns Mühe gegeben, auf Hardware-Themen einzugehen, obwohl wir nicht so wirklich viel hatten. Aber es war mal wieder sehr interessant, wie wir auf einmal knapp zwei Stunden gesprochen haben und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt Spaß hätten, könnten wir sogar noch mal zwei Stunden reden. Aber wir wollen es nicht überstrapazieren. Nächste Woche geht es weiter. Spaß hätten? Ja, Fafo? Unsere Folgen gibt es dank einem gewissen Herrn Refunix auf diversen Podcast-Kanälen, die ihr wahrscheinlich sogar besser kennt als wir selber. Es gibt dieses Format auch auf YouTube, allerdings nur bei dem fantastischen Dizzy. Und es wird jede Woche Mittwoch, so ist der Plan, es kann sich immer mal ein bisschen verschieben, um 18 Uhr live ausgestrahlt auf unserer beider Streaming-Kanälen auf Twitch zu finden unter hc-dizzy und mein Name ist Gympanze und der Kanal heißt Gympanze. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ein bisschen mehr interagieren, ein bisschen mehr aktuelle Sachen, ein bisschen mehr, oh, guck mal, vielleicht habe ich mir doch eine hydraulische Bremse gekauft. Wer weiß. Was ist denn heute mit dieser Internetseite los? Musstest du bei mir schon einmal refreshen? Nein, das kann auch. Vielleicht ist es ja wirklich gestört in meine Richtung. Okay. Oder von meiner Richtung aus. Mach weiter. So, deshalb, also, das war es für heute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Daumen hoch, wenn's, also, ich meine, wir müssen ja nicht irgendwie um Likes battlen oder sowas, aber Daumen hoch für euch. Doch. Muss man sowas sagen? Shared diesen Stream mit eurem Hund, mit eurem Vater, mit eurem Mutter, mit eurem Onkel, mit irgendwem, ist mir egal und drückt den Like-Button. Und wenn ihr einen scheiß Twitch Prime habt, dann schmeißt ihn doch einfach rein. Wenn er nur rumliegt, dann gib ihm Jim oder gib ihm mir, mach einfach irgendwas damit. Und teilt das Ganze hier. Liked unsere Videos, wenn euch die gefallen. Natürlich nur, wenn sie euch gefallen. Wenn sie scheiße sind, dann natürlich nicht. Feedback ist auch in Ordnung. Schreibt uns einen aufgebrachten Kommentar, aber schreibt euch ja richtig in Rage, damit wir auch verstehen, worum's dabei geht. Und ich finde, das Feedback aus der Regie, wenn ihr bei Apple Podcast den Podcast hören solltet, bewertet den mal bitte, damit wir aus der kompletten Irrelevanz in die Irrelevanz rutschen. Ja, wir gehen jetzt, also sharen, liken, das ganze Programm, das fehlt uns. Chat. Chats. Sieht's aus. Und Fitch Primes auch. Die fehlen uns auch. Ich meine, wir sind auf 2000, irgendwas und 1700, schieß mich tot. Nicht mal einen Jahresumsatz von 100.000 gemacht. Wir sind Geringverdiener. Ganz einfach. So. Scheiße, ich wollte nicht reingrätschen, aber es hat sich so angeboten. Es hat sich so angeboten, ich verstehe das. Meine Damen und Herren, ich mach den Sack zu, macht's gut, wir sehen uns nächste Woche wieder, haut rein, tschüss, das war der unglaubliche Dizzy, mein Name ist Schimpanso und ich mach jetzt aus. Tschüss. Ist du noch? Ist du noch? Tschüss. Okay. Danke. Okay. Okay. Ich mach den Sack. Ich mach den Sack. Ich mach den Sack. Ich mach den Sack. Ja. Alles. Ich mach den Sack.